Okay, Recap, was ist passiert? Wir befinden uns immer noch auf dem Planeten mit dem Namen, achtet aber auf den Cliffhanger, bevor ihr wettet, auf dem Planeten mit dem Namen Zucchini. Nach mehrmaligem Umzug haben wir uns hier in dem Berg eine kleine Zuflucht erbaut, die sogar ziemlich weit gekommen ist, so weit waren wir bisher noch nie. Wir haben hier unser Vampirzimmer, wir haben hier sogar schon so Roboter, wir sind kurz davor auch so große Roboter zu bauen, wie so Sandipede Blaster und War Queens und solche Sachen, was schon ziemlich, ziemlich nice ist. Wir haben sogar schon Monster Gefängnis gebaut und kurz nachdem wir das gebaut haben, ist auch was Schlimmes passiert, sogar hier mit den krassen Security Doors. Wie viel habe ich denn hier an? 205 Containment Strength. Wir haben unsere Blutbeutel, wir haben sogar recht viel von den Waste Packs weggeschickt, noch ein bisschen was zu essen, 5000 Pilze. Wir haben Blutreserven, wir haben hier unser Lager, sogar ein paar Regale gebaut, wir haben diese Roben sechs Stück gemacht, die wir wegbringen müssen für eine Quest. Wir haben mal die Möglichkeit Rituale zu machen, hier sind unsere Pilze, sowie Devil Strand, was ja eigentlich auch Pilze sind. Und hier oben haben wir die Fluchtkapseln, sowie zwei Scanner und den Anima-Baum und hier haben wir noch ein bisschen Plastall. Das Problem ist, wir haben im letzten Stream vorgestern den Monolithen aktiviert, der natürlich direkt Stufe 2 ist. Das heißt, es haben sich auf einmal ein riesiger Haufen an Löchern aufgetan, wo Monster rauskamen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Junge sind das viele Löcher. Und parallel kamen noch die Chimären. Es sind hier drin 70 Chimären. Und die sind nicht gestorben. Obwohl ich tausend Grad heiß war, haben sie keinen Schaden gekriegt. Ich habe es auf tausend Grad erhitzt und sie können nicht sterben. Alle fallen weg. Tausend Grad Hitze und sie haben es überlebt. Es sind 70 Chimären, die mich angreifen. Und die sind leider sehr, sehr stark. Oh, ich muss gleich überlegen, was wir machen. So, ähm, die können hier gleich angreifen. Und wir haben halt nicht wirklich eine Killbox. Ich habe keine Ahnung, wie wir es machen sollen. War eher so 700 Grad. Nee, es war ein tausend Grad. Das war tausend Grad. Eine Wette läuft gerade. Ähm. Puh. X-Angeen. Ähm. Okay. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir gegen die kämpfen. Was können die denn? Also, die sind auf jeden Fall sehr leicht zu entzünden. Flammability ist bei 70%. How easily an object can or catches fire and how quickly a fire will grow as it burns. Die sind leicht zu entzünden. Ähm. Ich lag auf dem Sofa und habe vorhin drüber nachgedacht. Ich werde, glaube ich, probieren, gleich so schnell wie möglich einen Flammenwerfer zu bauen. Was aber auch ein bisschen kontraproduktiv ist, da wir Vampire haben. Das ist alles nicht so cool. Eine Frage. Für die Wette kämpfst du oder denkst du an zu fliehen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe da keine Antwort. Also, sie brennen. Ähm. Sie laufen mit 3,6. Temperatur, die haben wir gar nichts ausgemacht. Und die machen 5,38 Schaden und haben 28 Armor Penetration. Die können Gott sei Dank nicht ausweichen im Nahkampf. Oh, Mann, ey. Wenn 1000 Grad sie nicht verbrennt, wieder in der Flammenwerfer. 1000 Grad ist nur eine Temperatur, aber kein Feuer. Es sind zwei verschiedene Dinge. Ob es heiß ist oder ob es brennt. Es war halt nur heiß. Und das hat dir nichts getan. Aber wenn du sie anzündest, brennen die sehr gut. Ähm. Scheiße. 70 in ihren Chat. Okay. Kann ich einen Flammenwerfer herstellen? Hatte ich das erforscht? Fuck! Okay. Ich habe keinen Flammenwerfer erforscht. Da ist es. Okay, gut. Ich hätte mir das noch sparen können, auf dem Sofa nachzudenken. Nee, du denkst, das könnte schlimmer sein. Das könnte auch 71 sein. Ja, es hätte auch 10 sein können. Fuck! Oh, wie ziehe ich die denn an? Das wird alles nicht so einfach werden. Auch mit Mordotows nicht. Aber ich muss, glaube ich, proaktiv hin. Die warten gerade. Denn die haben mich angegriffen. Und dann sind die in so einen Zustand geraten, dass die erstmal chillen. Und dann kommen sie wieder und greifen wieder an. Ähm. Ja, ich muss mit irgendjemandem raus. Okay, bleib mal bitte kurz. Ich brauche eine neue Zone. Okay, Chat. Volle Konzentration. Volle Konzentration. Bleib mal bitte erstmal nur hier. Alle. Geht nicht zu weit nach oben. Äh. Ich versuche jetzt hier reinzulaufen und sie mit Molotows zu bewerfen. Was sehr wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Äh. Mit wem möchte ich denn laufen? Oh, mein schneller Läufer ist leider nicht mehr da. Vielleicht mit Tiffy. Hat jemand von euch zufällig eine Locust? Du hast eine Locust Armor. Okay, mit Bell mache ich das. Bell, 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 Bell. Du machst das. Du flippst sowieso nicht aus. Ich brauche für dich noch ein Jumppack, damit ich zehnmal springen kann. Okay. Wer hat gerade noch ein Jumppack über? Oh, mein Gott, Chat. Ich habe so Schiss, dass ich das verkacke jetzt. Wer hat von euch noch ein Jumppack über? Runt, du hast ein Jumppack über. Drop das. Bell, du nimmst es gleich. Im Gang sind es noch 155 Grad. Ja, setzt erst mal eure Kanalpunkte fertig. Was ist mein Problem? Ich habe Vampire. Vampire ist halt echt schwer mit dem Feuer. Meine einzige Hoffnung ist dieser Mann hier. Dieser Mann mit dem Namen Mann. Pablo Biale, a.k.a. Man. Tough, Brawler, Vampir mit 15er Kampf. Ich werde versuchen, mit ihm alle zu boxen. Aber ich weiß nicht, ob er alleine 70 Chemieren besiegen kann. Wahrscheinlich nicht. Safri, danke dir für die 30. Und Inaron, danke für den siebten. Und Bastian mit den 20 Monaten. Und Tobi mit den 38. Leute, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Na, haben wir jetzt einen scheiß Edo Monkey Mode? Ist nicht euer Ernst. Oh, fuck. Aber warst du schon mal gegen zwei wildgewordene Mehrschwein? Ich habe doch schon gehört, Sun, dass du verkackt hast. Yo, Suni, guck mal, willst du mal sehen? Solange die Wette läuft, haben wir die Sekunde Zeit. Guck mal, Sun. Sun und ich, Sun und ich fahren ja nächste Woche Dienstag zusammen nach Madeira für ein paar Tage. Das Wetter soll nicht so gut sein. Es regnet dort und es kälter ist in Hannover. Ist aber nicht so schlimm, denn wir chillen einfach die ganze Zeit zu Hause und machen nichts anderes außer das hier. Guck mal. Das nehme ich mit zu und das habe ich gekauft. Damit wir spielen können. Das ist so, ich glaube, 30 Zentimeter und dann hier so mit so Figuren drin und so. Dann kann man so richtig Schach spielen. Die sind ganz cool gemacht sogar. Richtig schön. Wenn man das mal zoomen würde. Zoom, da drauf. Naja, irgendwie, du weißt, was ich meine. Also, ein Schachbrett. Und weißt du was noch? Sun, damit ich nicht ausflippe und von der Klippe springe, weil du mir so auf den Sack gehst, habe ich auch eine Uhr gekauft. Wenn wir spielen. Weil du mal 100 Jahre nachdenkst. Jetzt kann man so ein richtiges, ich wollte sagen Pokermatch, vergiss nicht die Batterie. Jetzt kann man so richtige Schachmatch dann machen. In so einer richtigen Uhr. Okay. Das wird nice. Aber ich habe richtig Bock. Das wird cool. Ja. Und ich habe auch How to Win a Chest gekauft. Das Problem ist nur bei Büchern, man muss sie lesen. Das mache ich irgendwann mal im August. Aber ich habe jetzt sogar ein Pokerbuch gekauft. Was ich bestimmt noch bis zum Urlaub durchlesen werde. Ganz bestimmt. Das wird 100%ig irgendwann mal gelesen werden. Ähm. Ja. Habe ich Pokerbuch gesagt? Okay. Ja, ja. Ähm. Gut. Bis August im Urlaub. Ne, ne. Nur für ein paar Tage. Ah. Ja, ja, ja. Link zum Nachkaufen. Äh. Ich habe, ich habe keine Ahnung. Du kannst mir, schreib mir im Discord, wenn ich das wirklich interessiert, das Schachbrett, schreib mir im Discord und such ihn dir raus. Schreib mir sehr gerne, Dero, schreib mir sehr gerne im Discord und ich schicke ihn dir dann. Ich gucke nach dem Stream dann rein in meine Bestellhistorie. Also schreib mich einfach, äh, chat mich einfach im Discord direkt an und dann, äh, nach dem Stream gehe ich in meine, meine History und such das mal raus. Genau. Weißt du, wenn du schon was wegen dem Probierpaket, äh, und deinem Holy, und dein Code bei Holy. Ich hatte am Montag gefragt, war der Code nicht gegen. Ja, ich kann es dir genau sagen. Und zwar, funktioniert der Holy Code, ich habe mich erkundigt, der Holy Code funktioniert. Äh, genau. Mindestbestellwert liegt bei dem 5 Euro Neukundenrabatt bei 15 Euro. Also der 5 Euro Neukundenrabatt gilt ab 15 Euro Mindestbestellwert. Und der 10% Code geht, hat kein Mindestbestellwert, der geht immer. Das heißt, du musst irgendwie auf 15 Euro kommen. Oh, oh, ich muss diesen. Ah! Oh! Okay. 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 Jetzt könntest du mal über Affiliate Links Geldverdienung bist du vermutlich einer der wenigen Streamer, der das nicht macht. Ach, halb so wild. Was will ich mit Geld? Ich habe doch schon euch. Ich würde euch gegen kein Geld der Welt eintauschen. Außer, da sind 4 Nullen dran. Gerne auch mit Kommastellen. Okay. Ich weiß, das gar nicht war, was ich im Ehren machen. Schauen wir es noch. Im restlichen Feingang Holz zu platzieren und anzünden. Das Holz bringt leider nichts gegen die. Danke, Shadow. Killbox anzünden, gut ist. Und dann? Oh man, ich habe echt Angst. Okay, Chat. Okay, hilft ja nichts. Probieren wir es. Probieren wir es. Also nochmals, Feuer anmachen brauche ich, glaube ich, nicht, oder? Ich meine, die sterben ja nicht. Okay, ich probiere es. Ich kann jetzt doppelt springen. Warte mal, du musst Hygiene, wasch dich mal bitte. Okay. Okay. okay, Konzentration, Konzentration. Taggart, danke dir. Vielen, 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 vielen Dank für 45 Monate. Das ist lieb von dir. Okay. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Yo, Dave, Chat gekauft, Katscheng. Danke dir für die 10 Euro Donation. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Vielen, vielen, vielen Dank für den Support. Chat gekauft, Katscheng. Ah, okay, ich probiere sie anzuzähnen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Wie warm ist es da unten gerade? 120 Grad. Wie viel Temperatur kannst du gerade ab? 46. Ich muss den Scheiß noch aussitzen. Ich kann da noch nicht rein. Oh, die kommen. Chimären beginnen mit der Attacke. Nein. Bro, es sind einfach 70 Stück, Mann. Okay, ich probiere was. Ich muss mich beeilen. Oh Gott. Keine Ahnung, ob das überhaupt zu halten ist. Okay. Ich habe Angst, dass die dann brennen und mich brennend angreifen. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie auch Löschschaum. Das könnte mich killen, wenn die Kolonisten anfangen wegzulaufen. Hat irgendjemand Löschschaum von denen dabei zufällig? Oh, fuck. Grunt. Hol mal den Löschschaum, bitte. Oh, Chat, ich glaube, das war's. 90 Grad hier drin, das ist immer noch zu warm. Heetstruck geht los. Das ist ganz schön abgefuckt, alles. Tutorials lasse ich erst mal aus. Oh Mann, 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 Mann. Weil die einfach sofort kaputt gehen. Die haben keinen Hunger. Die verhungern nicht. Firefoam. Weg. Warum weg damit? Also was ich noch machen könnte, wäre vielleicht sogar, das Ding hier aufzustellen. Weil du sie anzünden willst, oder? Nee, 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 ich kann sie nicht anzünden. Anzünden würde mich killen. Wenn ich sie hier vorne anzünde, dann laufen meine Vampire weg und meine Vampire sind die Tanks. Dann kommen sie durch. Die sterben aber recht schnell, oder? Hey, guck mal, nur noch 69. Hast gewonnen. Wenn die nacheinander kommen, könnte das vielleicht sogar wirklich klappen. Autsch. 68. Oh, fuck. 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 Was macht ihr? Das scheiß Warcry von denen auch noch. Rage Speed. Okay, die werden schneller dadurch. Und die haben kein Schmerzempfinden dann. Oh. Chat, war's das? Unser Abenteuer hier vorbei. Junge. Oh mein Gott, die Wände dürfen nicht kaputt gehen hier. Okay. Okay, die hauen ab, die fliehen wieder. Okay. Kurz die Tür zu machen. Die ziehen sich mal wieder zurück und kommen dann wieder von Neuem. Das war gut. Geht kurz was trinken, was essen. Geht kurz was trinken, was essen. Wobei, ja, ich könnte jetzt eigentlich versuchen, welche zu töten. So lange die nicht kämpfen. So lange die nicht kämpfen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Die sind schon tot. Sieben. Also noch 63. Okay. Okay. Man high in 8, der hat nur einen leichten Schlag abgerichtet. Das ist viel zu aufregend für mich. Okay, ich warte kurz. Ich gehe nicht hinterher. Ich warte jetzt kurz. Okay, wir haben eins von ihnen gefangen genommen. Oh, sie kommen schon wieder. Fuck. Das ging schneller als erwartet, leider. Scheiße, ich habe kaum Zeit. Nicht zu akklimatisieren hier. Oh, scheiße. Oh, es ist viele, die doch noch kommen. Warte mal, Matt. Mach mal deinen Combat Comment an. Ich glaube, dafür kann man es echt mal benutzen. Wann stirbt der hier? Ich habe Gott sei Dank gute Neuer Kämpfer. Oh, man kriegt gut Damage gerade. Darf kein Verdauung gehen. Alter, wie viele da kommen, Alter. Das sind einfach unendlich viele. Holy shit. Ich würde sehen, er ist schon tot. 26. Oh, scheiße. Die Wand geht gleich kaputt. Oh Gott, die Wand darf nicht kaputt gehen. Oh, beide Wände gehen gleich kaputt. Wenn die Wände kaputt gehen, scheiße. Oh, das war so scheiße. Oh, das war so. Join ist es schon. Und wir können auch die другой Wände damit pozwolen. berudeung. Sie können ja Binks machen werden. Oh, das war so. Oh. Oh, das war so. Oh. Oh, das war so gut. Oh, das war so. Oh, das war so. Oh, das war so. Oh, 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 weiß. Ich komme da nicht ran. Doch, kommt er. Ich schaffe, glaube ich, nicht gegen die zu operieren, oder? Doch, könnte klappen. Granate. Ich habe Angst, dass er die Granate nicht richtig schießt. Granaten neigen dazu, auch mal irgendwo hängen zu bleiben. Wenn ich jetzt eine Granate werfe und sie bleibt hier an der Decke und an der Tür hängen und fällt direkt runter, sind alle meine Leute tot. Das traue ich mir nicht. Ich traue da nicht, eine Granate durchzuwerfen. Ich habe einen Mann mal geheilt. Es sind noch 32. Matt schießt halt gerade nicht, weil er repariert. Papierfähigkeiten? Ne, benutze ich im Notfall. Ich glaube, es sieht gut aus, to be honest. Ziehen Sie sich wieder zurück. Und da ich an. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alter, nicht schon mal. Danke dir für die 18. Vielen, vielen Dank. Okay, die Krimieren kommen jetzt auch. Okay, das ist in Ordnung. Das gefällt mir nicht, weil leider sehr, sehr viele Gegner. Okay, jetzt geht's los. Alter. Alter. Was macht der Waschbär da? Tiffi, wo läufst du hin? Mach keinen Scheiß. Tiffi. 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 Mann, wer soll das aufräumen? Mann, 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 Mann wenn ich das kind so ruhig flippen wobei poli die nahekämpfer sind so wichtig die nahekämpfer sind so wichtig hallo hallo die nahekämpfer sind so wichtig ihnen kochen es ist sie es ist sie es ist sie es ist sie eine ich muss drehen die löcher draußen zuschütten alle warum sind hier so viele schweine drin okay oh mein gott okay wir haben es überlebt ich war mir sicher dass wir sterben werden ich habe ich und die nahe kämpfer sind so wichtig was machen die lächer da kommen uns daraus und da war schwer ok mit matt mache ich jetzt die löcher alle zu ok oh gott ich wünsche eine schöne nachtschicht man dieser monolith chat heute werden wahrscheinlich ganz viele schlimme dinge passieren der monolith ist nur kurzer zeit da und schon geht es hier volle eskalation ok ich hätte hier sogar noch ein drittes monster was in vier stunden stirbt ok dürfte jetzt alle raus wieder außer die kinder oh gott ok weiter geht es weiter geht es ja die nahe kämpfer sind einfach zu gut ich muss aufpassen dass ich die nicht verliere wenn ich da kraft verliere verliert die run glaube ich ja guck mal was für events noch kommen ich muss die ganzen leichen jetzt hier loswerden oh gott oh die werden gerade alle geschlachtet ich habe so viel dread leather das können wir gleich auf jeden fall verschenken oh gott matt es tut mir leid dass ich dich jetzt hier so quäle komm du herr kumpel lass matt danach gehen endlich die slayer matt fuck kann noch irgendjemand bauen das kann aber auch niemand bauen ich versuche das mal zuzubauen in der hoffnung was matt dann vielleicht abzieht okay was ist containment scheiße hier scheiße was macht matt jetzt was macht matt jetzt was macht matt jetzt mein containment ist jetzt nicht mehr so gut alles nicht gut scheiße scheiße jo night quest dank dir vor jahren mit remote angefangen und jetzt mein zweiter normal run die 1k stunden geknackt ich bereue nichts außer die jetzt erst meinen prime zu geben weiterhin viel glück und erfolg mit der akademiker kolonie das lieb von der night quest vielen 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 lieben dank für den zweiten wichtigsten monat und janai danke dir für die 20 vielen vielen lieben dank für die subs das stimmt ja eine single plattform die stadt auch noch aber es reicht trotzdem noch nicht und matt muss einfach kurz klar kommen danach geht es auch wieder so wir haben jetzt gleich alle löcher zu oder okay matt ist jetzt zurück perfekt oh so konnte ich die sogar retten okay saved tribo danke dir für den vierten vielen vielen lieben dank chat haben wir alle löcher geschlossen ich glaube ja okay let's go oh saved meine fresse mein alter wisst ihr wie viel stoff wir da kriegen schon tausend leder nein die fangen schon an zu gammeln da überall ich habe keine einzige falle chat und auch keinen fallengang vergammeln wir hier ich habe bei 200k oh ja wie lange habe ich noch zeit für die quest sieben tage okay dann müssen wir auf jeden fall nochmal hin ich würde hier gerne auch noch so ein dings hier bauen äh so nen bio ferret harvester was brennt gammelt auch nicht ja vielleicht muss es anzünden aber ich würde gerne alle schlachten weil wenn ich sie alle schlachte kriege ich das leder und damit kann ich freunde machen wieso nicht die feuerung mit leichen bestücken kann ja auch was holz machen weil die leichen auch was schimmeln und gammeln die ersten gammeln nehme ich schon versucht so viele wie möglich zu holen ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Mann! Dilemma, vielen, vielen lieben Dank für den sechsten Monat. Du musst nach dem Urlaub nur die letzten fünf Worts nachholen. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Oh, fuck, ey. Meine Güte. Hau dir auf die Fresse. Matt, stun ihn direkt. Hat irgendwer Flares? Leider nicht. Habe ich Flares gehabt? Ich habe Flares. Zwei Stück. Grant. Hol schnell die Flares. Und komm hierher. Kinder, ballert mir drauf. Matt, halt ihn im Dauerstun. Lass ihn nicht entkommen. Ach, komm, kein Stein mehr. Die Wounded Revenant left behind a piece of itself. You can analyze this Flash chunk to learn how to track the Revenant down. Mann, der haut ab. Das ist mein Problem hier gerade. Dieser Penner kann natürlich auch Türen öffnen. Nein. Habe ich jetzt hier Dings hier eingesammelt mit ihm? Oh, fuck. Okay, wir müssen ihn suchen. Ah, scheiße. Okay, ich muss ihn auf jeden Fall erforschen. Der hat, die haben Seth hypnotisiert. Scheiße. Seth ist hypnotisiert. Alter, ist hier eine Scheiße, ey. Okay. Ähm. Den werde ich so jetzt nicht kriegen. Okay, ist okay. Ich werde ihn suchen. Ich werde ihn suchen. Ich research das jetzt und werde ihn suchen. Rest beside, das ist deine Aufgabe. Analysieren, das ist. Wir werden ihn finden und ihn suchen. Wie heißt das mit der Hypnose? Das ist das Event. Das ist der Revenant. Revenant kommt unsichtbar, hypnotisiert die Leute und dann zieht er sich zurück. Und dann musst du ihn suchen. Und dann musst du ihn töten, damit deine Leute wieder dich hypnotisiert sind. So. Okay. Irgendwo ist er hier in der Nähe. Das ist in Ordnung. So. Rest beside has finished analyzing the Revenant Flash Chunk with Biosignature. You learn more about this particular Revenant biology and how to identify fluids it leaves behind. This Revenant will now leave a much longer trail of visible smudges when it flees. Perhaps you will be able to find it and kill it while it sleeps. Yeah. You can track it by smears of it leaves behind. Reveal disruptor flares, explosive EMPs oder fire foam. Oder auch mit Feuer. Der muss ja irgendwo hier vorne sein. Okay. Wer von euch hat die Disruptor Flares dabei? Bro, wieso hat kein Mensch bei mir Disruptor Flares? Wo sind denn die anderen? Da. Wir gehen in den Suchen. Aktiv. Der muss ja irgendwo hier sein. 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 Die Türen habe ich nicht aufgehen sehen. Das ist einfach keine Ruhe hier, ey. Da ist er nicht. 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 Okay. Da könnte er noch drin sein. Oder hier. Bro. Hat er die Kleebox nie verlassen? Oh scheiße. Ich habe hier zu weit geworfen. Das ist nicht gut. Das ist gut. 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 Ja. Genau. Und chapter 5. Hier. Ich kann auch, wo der ist. Hier könnte der noch sein. Oder da. Oder wirklich hier vorne drin. Laden sie die wieder neu auf eigentlich? Ja, okay. Das heißt, man muss keine neuen herstellen. Die laden die einfach wieder auf wie Fire Foam und alles andere auch. Oh! Lol! Wie hinterhält ich? Nein! Warum bist du da so scheiße langsam? Fuck! Gut geworfen, Idiot. Da. 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 Konzentration. Scheiße. Da ist er. Da. Untertitelung des ZDF, 2020 Alter, Junge, den will ich gefangen nehmen, nice, we did it, nice, vielleicht haben wir schon zugemacht sogar. Oh, wie stark die sind. So, kann ich den Revenant da gefangen nehmen? Capture Revenant, ja. Ich hoffe, das reicht von der Containment Strength, aber sollte reichen. Da ist er. Ja, nice, I love it. Ähm, ich glaube, ich habe keinen Stein mehr, doch habe ich noch. So, jetzt gibt es ja erstmal schön viel Bioferit-Chat. Okay. Äh, ich muss noch zusätzlich die Killbox jetzt wieder aufbauen. Puh, nice, gibt euer Bioferit. Zehn am Tag, wow. Das ist viel. Wir werden Rituale machen. Alter, haben wir viel Zeug. Ähm. Hehehe, scheiße. Mein Koloniewert. Mach ich trotzdem noch Klamotten? Ich muss noch die Roben rüberbringen. Zwei, sechs Roben. Und Bärbe wollte ich schicken. Und ich gebe ja noch ein bisschen Geld mit. Dann können sie sich vor Ort noch ein paar Mahlzeiten kaufen für den Rückweg. Hier, Traulat Silber. Wobei, warte mal, ich nehme das Ganze mit. Da kann sie gar nicht tragen. Doch, kann sie. Weil, wenn ich das verkaufe, äh, es wird zu teuer. Nimm 200 Silber, sollte ich was zu Dings kaufen. Passt das. Boah, danke dir für den T2 im 25. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Kannst du bitte nochmal erklären, wie du das mit diesem Hitzegang gemacht hast? Äh, du hast drei Türen beim Eingang, die offen sind. Und drei Türen beim Ausgang, die offen sind. Dadurch staut sich das. Was ist mit dem? Hat Matthias auf mein Bad reagiert? Wie soll ich die Schachmatch dann machen? Hat Matthias auf mein Bad reagiert? Hehehe. Was hat er gesagt? Schaut, warum laden wir den Clips immer sofort bei Theo? So. Was ist mit dem passiert? War der schon sieben Jahre in Tibet? Warum sieht der so aus? Wichtige Schachmatch dann machen. Ja, true. Ich bereite mich doch auf Tibet vor. Ich habe gesagt, ich rasiere mich nicht, bevor ich es nicht geschafft habe, ey. Äh, scheiße. Ich bereite mich ja sieben Jahre in Tibet. Nee, nee, das wird nicht passieren, Chad. Ich muss mich voll konzentrieren. Ich muss mich voll konzentrieren. Wenn, dann sieht es dann eher so aus. Okay? Ich gehe rasiert, äh, fliege rasiert nach Tibet. Ich muss einen guten Eindruck hinterlassen im Kloster. Nee, der Bart ist viel zu lang. Der muss weg, auf jeden Fall. Aber ich war zu lazy. Wahrscheinlich morgen. Okay, okay, okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Ähm, Fallengang. Also, Feuerfallengang. Am Anfang drei offene Türen, am Ende drei offene Türen. Dann staut sich die Hitze. Und dann zündest du einfach irgendwas an. Und machst du am besten so, dass die Gegner lange drin sind, bis sie durch sind. Und dann hast du einen fertigen Feuerfallengang. Ich würde gerne die ganzen Stinkemonster hier draußen hinschmeißen. Clear all. Korps. Aber nur die... Rotten. So. Ich hoffe, du schaffst es dahin. Nach Tibet. Hoffentlich nicht. Ach ja, ich bin froh, dass wir Monster haben. Wir können Rituale machen. Meine Ergebnisse zur Brust. Krass. Und was ist da, was du anzündest? Das ist, äh, sind... Ist das Holz? Holzbarrikaden zündet. Aber die sind gerade nicht aufgebaut. Die Hitze staut sich trotz offener Tür. Oder machst du die dann zu? Die staut sich trotz offener Tür. Aber es müssen drei Türen sein. Mindestens drei Türen. Harbinger Trees. Oh. Vor der Haustür. Können wir die Leichen hinbringen. Scheiße. Rot Stink. Aber ist für Vampire egal. Äh. Okay. Sehr gerne, Bibi. Sehr, sehr gerne. Okay. Kannst du den Scheiß hier mal aufräumen. So, okay. Wir fliegen sofort los, Chat. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da hin. Zu Lutgo Lut. Boah, zurücklaufen wird echt weit, glaube ich. Naja. Ich hoffe, die verkaufen was zuerst in die Andertaler. Lutgo Lut Visit. Da machen Sie die falsche Taste klicken und meine Kolonisten verschenke. So. Fulfill Trade Offer. Yes. Nice. Jetzt habe ich dabei die beiden Death Rest Serum. Jetzt traden wir nochmal. Jetzt kaufe ich einfach noch ein bisschen Pamuken. Für den Rückweg. 200 Pamuken, wenn das reicht. Und der Rest ist irrelevant. Oh. Die hätten sogar Insanity Lenses. Vielleicht für die Zukunft. Ich kann mir gar nichts mehr leisten. Ich kann mir nur so 80 Pamuken leisten. Bisschen mehr. 86 Pamuken. Okay. Und jetzt? Wie lange brauchst du bis nach Hause? Vier Tage bis nach Hause. Holy moly. Okay. Naja. So. Was erforscht gerade bei Anomaly? Ich erforschte gerade bei Anomaly, dass wir einmal Waffen und einmal Pleasure Pulse. So. Wer ist es? Sieben Jahre alt. Eagle. Die ersten Traits. Let's go. Das ist Sangun Eagle. Ich bin gespannt. Was kriegen wir? Wir kriegen Shooting. Nehmen wir sofort. Warte mal. Yo. Chat. Scheiße. Nehmen wir Shooting oder machen wir noch einen Nahkämpfer? Wir könnten auch nämlich auf Nimble schon gehen. Was heißt, ihr kriegt von der Quest? Zwei. Hier in. Zwei Dings. Wie heißt die Teile? Zwei Deathless Capacity Serum. Vielleicht können wir sogar Shooting und Nahkampf reinnehmen einfach. Und dazu dann einfach noch Medizin vielleicht sogar. Und Scheiß drauf. Und ich glaube, ich gehe auf Nimble. Fastwalker. Scheiß drauf. Brawler. Ne, Nimble. Ich probiere. Ich probiere. Vielleicht schaffe ich es doch mal. Doch tough und Nimble in einen Charakter zu bekommen. Wie viele Nahkämpfer brauchst du? Ich glaube, es schadet einfach nicht, welche zu haben. Wir machen beides. Und gucken, wie sich die entwickelt. Ist Medizin so relevant bei einer Million Vampiren? Wahrscheinlich gar nicht so relevant. So machen wir es. Du kommst auf Tier 8. Bei mir machen die keine Arbeit, aber kommen trotzdem nur auf 7. Na, ich habe halt so eine Schule hier. Mit drei Schultafeln. Haben ein paar Leute, denen was beibringen. Und dann haben sie ganz die Freizeit und Arbeit nicht. Die robuste Gene mache ich dann. Ich mache es einfach zum Vampir, wenn sie das beides bekommt. So, Matt. Ich würde mich jetzt echt freuen, wenn du vielleicht gleich den Fallengang hier baust. Das machst du jetzt. Perfekt. Eine Feuerfalle wäre nämlich echt gut. Ich versuche gerade meinen ersten Run im Regenwald. Beim vierten Versuch scheint was draus zu werden. Aber ich wünsche euch viel Erfolg. Regenwald ist mal sehr, sehr gefährlich. Roboter dürfen überall hin. Deswegen schleppen sie die Tiere dahin. Okay. Neue Fallen wären wichtig. Ja, aus was mache ich die Fallen? Das ist die Frage. Mache ich Stahlfallen? Weil Steine kannst du vergessen. Steine kriege ich. Ein paar habe ich noch, aber nicht so viele. Ich würde, glaube ich, auf Stahl gehen dann. Was machen die Harbinger Trees? Die fressen die Leichen. Wenn du dann zum Beispiel so Leichen hinschmeißt, dann werden die gleich gefressen von denen. Von den Bäumen, siehst du? Das heißt, das ist wie so ein lebendiges Krematorium. Visitors. Visitors, okay. Junge, wie stoffe ich jetzt dadurch habe, Chat. Ich mache jetzt Klamotten raus, um Crafting zu leveln. Und danach verkaufe ich den Scheiß. Habe ich mehr als eine Person, die gerade craftet? Dann soll Seth eigentlich auch Crafting lernen? Nee. Ist voll auf Instruction. Ich bräuchte eigentlich noch mehr Crafter. Weil ich habe ja zwei. Ich baue nochmal dieses Ding hier nochmal. Das kann ich jetzt auch aus Holz machen. Die sollen ruhig ganz viele Klamotten machen. Und dann mache ich mir gleich alle Freunde, Chat. Ich werde mir gleich ganz viele Freunde machen. Wie viel schneller arbeiten die mit Strom? Scheiße, wir kriegen das jetzt hier mit Strom gebaut. Okay, let's go. Yo, Rain. Danke dir für den fünften. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. So, dann machen wir jetzt einfach hier. Genauso. Von mir ist auch Parker. Und Shirts. Fahr dann einfach durch. Stell Sachen her. Okay. Kannst du mal haben. Du bist auch direkt in der Zone vielleicht anlegen, wenn du sie anklickst. Ja, stimmt sogar. Könnte man machen. Wobei das, glaube ich, sogar passt. Weil du meinst jetzt so und dann hier Stockpile Zone. Und dann möchte ich aber nur roten. Okay. Jo, Captain Doom. Danke dir für die 23. Vielen, vielen lieben Dank. Jo, wisst ihr, wie lange der Roboter auch sauber machen muss, Chat? Das wird eine Milliarde Jahre dauern. Und alles stinkt hier. Okay. Du bist aber ein Vampir. Das ist erstmal egal. So, Bell, du bist in 3,6 Tagen zurück. Okay. Das ist echt eine Stinkefalle gefühlt. Junge, wie viel Stoff wir jetzt haben, Chat. Könnte das machen? Wie viel Fleisch wir haben. 6.000 Twisted Meat. Oh, ich würde mich jetzt voll über Bulk-O-Traders freuen. Kannst du schon welche von den Besseren machen? Ich glaube nicht. Mir fehlt, glaube ich, der... Also ich könnte eine War Queen machen. Braucht man das Fleisch für irgendwas? Kann man essen, aber es will nicht so gerne. Ich würde es verkaufen. Eine Kapsel mit Essen bereit zu machen und zur Welt zu schicken, nachdem sie viel Tag unterwegs war. Anfangs so 2,6. Die holen auch Beeren auf dem Weg. Deswegen ist es schon okay. Ich schaffe das schon. Wobei es gerade keine Beeren gibt. Ich schaffe das trotzdem. Ähm. Ich weiß, ob ich einen Roboter bauen möchte. Gerade. Eigentlich kann ich keinen Roboter bauen. Ich habe eine Bandbreite von 7. Was ich jetzt brauche, ist erstmal die Rüstung. Ich muss noch Bosse beschweren, Chat. Ich muss für Matt die McCloud-Rüstung bauen. Und für die McCloud-Rüstung brauche ich 2 von den Nanostructuring-Chips. 4 Nanostructuring-Chips. Das heißt, wir müssen uns das noch drum kümmern. Äh, ich glaube, bei den Jungen mögen die das Fleisch trotzdem nicht. Aber ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Hast du den zweiten Link geholt? Haben wir auch noch nicht gemacht. Noch viele Aufgaben zu tun. Ach, das hast du ganz einfach wiederholen. Du bist hier wieder zurück. Kannst du das Fleisch nicht auf Benzin machen? Ja. Ja, ja, ja. Aber wir nutzen nur unsere Scheiße. Boah, hier draußen ist was los, ey. Die Madlord-Rüstung, genau. Bringt die ganze Scheiße hier raus. Die Jungen, die Bäume kriegen aber gut, was zu futtern hier. Die werden schnell wachsen. Und gedeihen. Na ja, immerhin kümmern sich die Roboter zum Raustragen. Ja, wir brauchen die beste Rüstung. Da kümmern wir uns drum. Und dann werden wir zusehen, dass wir noch Fein aufbauen. Was ist mit dem Fein? Schon angefangen? Ne, noch nicht. Ich will, dass die Scheiße rauskriegen. Wichtigste ist, dass die Feuerfalle steht. Die Feuerfalle ist für mich gerade die wichtigste Falle. Okay, jetzt haben wir schon den Pleasure-Puls. Jetzt gehen wir mal auf Serum, dass ich die verschiedenen Seren herstellen kann. Seren sind das Seren? Es wäre ja Multiplier, sei schon. Als Plural. Ein Serum, zwei Seren. Serumsen. Ja, ich glaube, Serumsen muss es sein. Oder Serumses. So. Serien. Oh, Serien. Das ist es. Von der Quest haben wir nochmal zwei... Ich glaube, ich muss echt Essen rüberschicken. Da habe ich gar keinen Bock. Serumses ist perfekt. Oder Serumsen? Okay. Nominative, das Serum, die Sera. Nein, die Sera... Die ist heute nicht da. Temperatur passt. Okay, Chat, let's go. Endermoliv-Forschung geht jetzt weiter. Wie weit sind wir denn eigentlich schon mit den Monolithen jetzt? Jetzt haben wir doch viele neue Events gekriegt. Oh, mir fehlen immer noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Events. Holy. Senior Enzos. Hallo, hallo. Okay, okay, okay. Bär, schaffst du das nach Hause? Junge, ist das weit. Monolithen auf Stufe 3 bringen. Können wir noch gar nicht. Können wir noch nicht. Must discover four more advanced monolith. Vier mehr brauchen wir von den advanced. Oh, ich habe Angst, weiterzugehen, Chat. Das machen wir noch nicht, nicht so schnell. Ich glaube, das wird uns kähen, wenn wir da nochmal expandieren. La, 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 la. Ich freue mich auf den runden Kreis. Ich habe Angst vor dem runden Kreis. Ich mag dann lieber den Würfel. Hättest du ja auch draußen verrottet lassen können und dann eine Deadlife-Falle hinstellen können. Hätten wir auch machen können, ja. Aber das ist schon okay. Das führt dann die Bäume jetzt erstmal. Aber ja, wir können auch mal überlegen, so eine Deadlife-Falle zu machen. Vielleicht auch hier unten rein oder so. Vielleicht auch nicht so verkehrt. Oder einfach hier. Hier. Oh, vielleicht mache ich das. Was haltet ihr davon? Hier so eine Zone, wo wir alles voll mit Leichen reinlegen. Und dann beleben wir sie wieder. Können wir auch kühlen. Ja, wollen wir das machen? Wollen wir das machen? Wollen wir hier einen Kühlschrank machen? Ganz viele Leichen reinlegen. Und wenn dann Raid kommt, beleben wir sie wieder und dann sollen sie gegen die kämpfen. Das wäre doch vielleicht eine Idee sogar, oder? Aber dann vergammeln die auch nie. Bleiben für immer liegen, bis wir sie brauchen. Wieso kühlen? Naja, irgendwann werden sie, glaube ich, vergammeln, oder? Wenn wir die nicht kühlen. Da haben wir unsere Zombie-Armee. Oh. Ich kann sogar Revenant Invisibility erforschen. Aber kann ich das jemandem einbauen? Dann können sich meine Kolonisten selbst unsichtbar machen. Boah, da habe ich auch Bock drauf. Unsichtbare Vampir-Kolonisten, die sich mit einem Doomster-Rocket-Launcher an Belagerungen ranschleichen. Fuck yeah. Okay, das machen wir auf jeden Fall. Was mache ich jetzt? Revenant Invisibility. Let's go. Ich will nämlich sein Rückgrat klauen und das bei mir selber einbauen. Ned kriegt das. Und dann stirbt er bei der Operation. Und dann weine ich. Jo, nee, nee, nee. Und Mann, scheiße, ich brauche die Leiche, damit ich meine Leute unsterblich machen kann. Wieso schleichen, wenn man unsichtbar ist? Das ist eine gute Frage. Naja, wir müssen die kühlen. Nicht besser Metal Blood. Hatte ich eigentlich noch Metal Blood über? Ich glaube, ich hatte sogar Metal Blood, habe es aber nicht benutzt. Ich habe sogar noch vier Metal Blood. Das hätte ich benutzen sollen, auf jeden Fall. Ja, warte mal, ich stelle das jetzt mal ein, Chat. Ich stelle mal ein, eine neue Drogenpolitik. Und die nenne ich Nahkampf. Und dann kriegen die Metal Blood. Die sollen ein Metal Blood haben. Okay. Meine Rana-Kämpfer sind ja Grunt. Man. Und Sass. So, die sollen alle sich bitte Metal Blood Serum mitnehmen. Gut, macht ihr das. Okay. Ja, ja, das ist sehr, sehr gut. Nein, das kann ich im Kampf benutzen. Dann sterben die gar nicht mehr. Ja, ich liebe meine Nahkämpfer, Chat. Das ist der Hammer. Ich finde das mega cool. Scheiße, Bell hat nicht mehr so viel Essen. Junge, wie lange sie braucht die Berge zu durchqueren. Hat ein bisschen was von Herr der Ringe. Die Gefährten. Randy sollte mir viel zu zurückhalten. Und kaum Action. Ja, klar, ey. Wow, Randy hat uns heute echt was gegeben. Alter, das waren gleichzeitig Löcher aus der Erde. Mit ganz vielen Monstern. Eine Million Chimieren. Eine Million Gore-Hulks. Und direkt noch einen Revenant in der Base. Das war alles fast zeitgleich. Und das ist ein Wunder, dass wir noch leben. Aber unsere Kondisten sind langsam gut ausgestattet. Und das freut mich. Sieht sich bei den Kindern aus. Ich glaube, das sind die letzten Kinder. Mehr Kinder wollen wir gar nicht mehr haben. Wir sind ja zehn Kolonisten. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, mehr benötigen wir nicht. Wir machen jetzt ganz viele Klamotten. Und dann machen wir uns gleich die Neandertaler zu Freunden. Und dann machen wir uns auch noch die Schweine zu Freunden. Und vielleicht machen wir uns einfach alle zu Freunden. Ja, oder Bitch, The Cat. Vielen, vielen lieben Dank für den Zap drei Monate im Voraus. Das ist ganz, ganz, ganz lieb für dich. Von dir. Danke. Was hast du für einen Koloniewert viel zu hoch? 200 K oder so. 180. Oh, geht's sogar. Warum ist da ein bisschen runtergegangen? Ach, weil der wahrscheinlich gerade nicht da ist. Sind die Regale für Blut komplett voll? Sonst fehlt noch Blut. Wobei, doch. Nee. Sollte eigentlich noch Platz sein. Wir werden aber gleich, also wir brauchen auf jeden Fall mehr Blut. Wir werden gleich Rituale machen und Leute holen. Ich bin Bio-Ferid besitze ich. Oder sind, warte mal. Ich habe vier von den Shards, was schon mal ganz nice ist. Aber nur vier hatte ich nicht mal mehr. Wofür habe ich denn welche ausgegeben? Mörserrohre. Vielleicht kann ich mal so eine schlechte Idee. Ja, Mörserrohre können wir vielleicht wirklich mal kaufen. Gucken wir, ob sie welche anbieten. So, Raspiside. Du bist noch fleißig am Psyling machen. Du bist jetzt bei Psyling Stufe 4. Sechs machen wir auf jeden Fall voll. Darüber überhaupt danke dir für die 30. Vielen, vielen lieben Dank. Und hallo, hallo. Okay, Chat, haben die irgendwas? Die Tox-Bomb-Geschichte kann weg. Die gute Charge-Rifle kann weg. Ich habe Shield-Bells. Boah, ein Monosword wäre natürlich auch geil, oder? Boah, ist das krass. Ey, 83 Melee Armour Penetration. Holy shit, ist das Monosword stark. Ey, soll ich das kaufen? Auch wenn es eine normale Qualität hat und nicht irgendwie gebunden ist in uns, aber soll ich das kaufen? Das kostet mich halt alles, was ich besitze. Aber es ist halt geil. Ist Plasma nicht besser? War weiter nicht. Bringt ihr Armour Pen was gegen die Fleischbiester? Hm, wahrscheinlich nicht. Aber es bringt was gegen Monster, also gegen Max und gegen alles andere. Hallo, Flo, mein Moin. Das nehmen wir. Das ist viel zu krass, Chat. Gut, ihr mal, das Oran, der Oran-Knüppel, den ich jetzt gerade habe, ist ein Exzellent. Macht 11,49 Schaden bei 38 Armour Pen. Und das Monosword, nur normale Qualität, hat schon 12,08 mit 83 Armour Pen. Das ist insane. Ayune, vielen, vielen Dank für den Gifted Saber in die Community. An White Eagle, vielen, vielen Dank. Das ist zu krass. Ein meisterliches Bio-Ferid-Schwert hat 95%. Äh, warte mal. Kann ich gute Bio-Ferid-Schwerter selber herstellen, dass ich vielleicht das Geld sogar... Wenn ich mir jetzt ein Langschwert angucke. Ein Langschwert aus Bio-Ferid hat nur 44. Hm. Ach, komm, ich kaufe sie. Wir kommen schon Kohle ran. Dann sieht er cool aus. Und er sieht cool aus. Dann brauche ich das Mace auch nicht mehr. Ich habe Bock, dass du besitzen, irgendwie. Verkauf ein bisschen Zeug, was ich gerade nicht brauche. Ich habe 111 Medizin. What the fuck? Ich habe noch mal so viel Medizin. Und hierher. Gen-Pack. Scarless. Oh, das ist ein gutes Gen-Pack, oder? Das ist ein Xenogen. Naked Speed, Low-Sleep. Scarless. Ist eigentlich ziemlich gut, oder? Also Naked Speed ist egal. Aber Scarless und Low-Sleep ist nice. Wir haben gar keine Rohre, oder? Wir haben keine Rohre. Das sind meine Bücher. Scarless macht, dass die... Ähm... Dass die Narben sich selber high-end... ...weiß die Narben haben. Du hast es falsch Schwert ausgewählt? Nee, Monosort. Ich will irgendwie das Gen-Paket haben. Ja, Standard-Zap-Core behalten wir noch. Vielleicht bauen wir da noch was draus. Sarah, hallo, hallo. Warum ist das Plasma teurer, aber das Mono besser? Hm... Ist beide gleich teuer. So, eine brennt halt. Vielleicht Medizin verkaufen. Verkauft mal 50 Medizin. Und ich verkaufe mal ein paar Komponenten. Okay, scheiße, so machen wir es. Okay, ich brauche so eine Gen-Bang-Ding. Gene wollten wir hier oben rein machen. Ja, hier machen wir Gene. Da kommt das Wohnzimmer hin. Ja, okay. Dafür brauche ich erstmal so eine Gen-Bang. Fangen wir damit an. Wo habe ich jetzt die Sachen gekauft? Chat, wo haben wir die Sachen gekauft? Da. Man, hol dir das Schwert. Okay, Bell hat nichts mehr zu essen. Das ist nicht so gut. Wie lange brauchst du noch bis nach Hause? 1,5 Tage. Überlebt ihr 1,5 Tage ohne Essen? Was macht der Strom? Batterien sind beide voll. Also noch okay. Ja, aber geil. Jetzt hat das ein geiles Monosort. Mann, ey, schicke ich dir jetzt wirklich was zu essen rüber? Ja, die Knüppel behalte ich. Wir haben wahrscheinlich wieder einen Nahkämpfer. Gegen General. Hallo, hallo. Klugaktiv wird ausgesucht. Noch nicht. Wie, was hätte denn lassen? 1,4 Tage. Müsste halt eigentlich Mahlzeiten kochen, dann. Würden die Social Naniten helfen bei der Region. Was zur Hölle ist das? So kann ich dir jetzt so Gene reinschmeißen. So, jetzt sind die da drin. Okay. Skilltrainer Social. Ah, nee, es wird nichts bringen. Wir machen viel zu hohes Social Level dafür, dass das was bringt. Möchtest du immer noch Tunneler ersetzen gegen Pasten-Futterer? Ja, wir gehen auf Transimone später. Wurde das hier mehreren Problemen gelöst. Äh, durch Nahkämpfer, starke Nahkämpfer. Dass ich nicht genug Essen habe, nervt mich. Überlebst du einen Tag ohne Essen? Okay. Äh, man ey, ich habe keinen Bock ihr was zu schicken. Kann ich bei ihr die Essensrichtlinie umstellen? Ja, oder? Wisst ihr das, ob ich hier die Essensrichtlinie umstellen kann? Ich müsste erst was kochen. Das ist das Problem. Dass du eine Kapsel ready machen kannst, um mir was zu essen zu schicken. X-Engineer. Ja, das Problem ist, ich müsste hier Mahlzeiten kochen. Ich mache das aber anders. Da war es. Wo war es denn hier? Da. So, dann habe ich jetzt mal rot zu essen. Kriegt sie jetzt einfach mal 100 Pilze. 25 Pilze. Die brauchen noch 0,7 Tage. So, das reicht. 50 Pilze reichen, ja. Okay. Warum sammelst du für Karawanenkanabieren unterwegs? Weil es der Winter ist. Ist zu kalt. Das sind draußen Minus gerade. Okay, die hat 57, äh, 57 Pilze. Das sollte jetzt eigentlich reichen. Okay, weiter geht's. Weiter geht's, Chat. Ich habe auch noch keine Fallen gebaut. Das waren sogar 77 Pilze. Ne, ich glaube 57. Oder haben die einfach schon welche gegessen? Ja, es reicht locker auf jeden Fall. Die hat jetzt für 1,8 Tage essen. Fein, fein, fein. Fein, fein, fein. Na komm, ich mache ein paar Fein noch. Security. Da haben sie ein bisschen was zu tun. So ein bisschen was bauen. Nach vorne erst Steine. Und dann mache ich dann, warte mal, ich mache oben einfach Steine und unten mache ich dann Stahl. Ich muss ein bisschen mehr scannen. Ich brauche noch mehr Stahlquellen. Weil dann können wir irgendwann komplett auf Stahl fallen. Und Stahlfallen sind richtig strong. Vor allem auch gegen Max. Vielleicht sollte ich die Schweine hier jagen gehen. Damit sie mich da nicht nerven. Okay. Wir haben jetzt so einen Haufen Klamotten. Das ist ja die Frage. Mache ich mich jetzt jemanden hier zu freuen? Oder hoffe ich, dass irgendjemand das Zeug abkauft? Das ist eins der Schweine Schobi. Warte mal, war da so? Scheinhaltige Sau. Ha! Lol. Jemand meint sich erst Pilze in dem Feuertunnel, damit die Monster da brennen, falls die nur hitzeresistent sind. Das ist keine schlechte Idee. Da können wir uns angucken, vielleicht sogar. Wir können da gleich mal rüberfliegen, wir haben 15 Tage Zeit. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Ersatz und hallo, hallo. Vielleicht können wir hier echt ein paar Pilze anpflanzen. Und dann laufen die Monster da durch und brennen. Ich weiß nicht, dass es selber gibt, es mit Holzboden. True. Wir können auch einfach einen Holzboden hier machen. Und den einfach anzünden, oder? Dann bauen wir einen Holzboden. Und den anzünden, laufen die Monster da durch. Okay. So, wir haben auf jeden Fall die ersten Gene jetzt. Pilze wachsen halt von alleine. Das ist richtig. Aber du musst doch trotzdem mal wieder anpflanzen und so. Und Holzboden brennen sofort. Pilze müssen erst noch eine gewisse Wachstumsphase erreichen, dass sie brennen. Ich zünde einfach viel später an. Und dann passt das, glaube ich. Nutze ich dann ja nur gegen diese Monster, die halt gegen Chemieren. So. Wir kommen zurück. Ist das Zeug noch dabei? Gehst du das ausladen? Ja. Okay. Puh. Gut, 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 Chad. Very, very good. Gut, was ist jetzt unser nächster Plan? Was sind die Balken über den Fallen? Äh, das sind Zäune. Ich dachte, der Holzboden brennt nicht mehr. Warum soll der nicht mehr brennen? Vielleicht machen wir doch Pilze. Okay. Geht vielleicht am schnellsten. Aber ich glaube schon, dass Holzboden brennt. Junge Kinder haben alles voll gemalt. Ich habe super, ich würde super gerne 7000 Fleisch. Ich würde so gerne den Scheiß verkaufen. Den Anfang der Feuerfalle zum Brennen zu bringen. Warum? Damit sie länger brennen, während sie durchlaufen. Ja, du hast recht. Wahrscheinlich sollte ich eher hier anzünden. Als da hinten. Machen wir es mal so. Okay. La, 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 la. La, 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 la. Laufen die aber doch gar nicht erst rein. Sicher? Hallo, Hades. Eigentlich ja, hast du recht. Hm. Fleisch verschenken? Ich würde es eigentlich verkaufen. Vielleicht lassen wir es erst mal. Ich würde es eigentlich verkaufen, aber es kommen halt keine Baugood-Trader. Ich würde sehr gerne loswerden. Ist irgendjemand am scannen? Warum habe ich zwei Scanner gebaut, wenn jemand scannen möchte? 23 Gold. Können wir holen. Chat, kann mir das jemand verraten? Warum gibt es nichts? Hast du schon was dagegen getan, dass deine Killbox im Krankenhaus sehr heiß wird, wenn der Vorgang brennt? Ne, nicht wirklich. Wird immer noch sehr warm, aber es ist nicht so schlimm. Ich meine, ich könnte es, wenn ich dann einfach hier nochmal drei Türen setze und sie auflassen, sollte das eigentlich funktionieren. Aber es passt auch so. Fleisch verkaufen und Klamotten verschenken. Ja. Kannst du ein bisschen was verschenken und dann Trailer ranholen, um die Reste verkaufen. Trailer, die zu Fuß kommen, haben wir nur so wenig. Die haben immer nur so 1000 Silber. Ich würde mich über ein Raumschiff freuen. Wir haben super viele Klamotten. Das ist gut, dass wir, ich meine, wir leveln jetzt auch Crafting mit dem ganzen Zeug. Wie viel Stoff habe ich denn überhaupt noch? Nur noch, Alter. Fast alles an Stoff jetzt gerade verkraftet. Das ist insane. Hat Grunt eigentlich schon 20 Crafting? 19 Crafting. Hm. Wo ist unser Bioferit? 29. Ich probiere mit Bioferit mal ein geiles Schwert zu machen. Das war ein bisschen, aber die haben so wenig. Ich will viel haben. Ich brauche Geld. Reichtum. Brauchen wir. Wenn der das Gute ist von Rasperside irgendwann mal, was hoffentlich heute dabei sein wird, level 6 Pseiling erreicht, dann kann der auch anfangen zu scannen mit 18 Intellekt. Da muss er nicht mehr so viel meditieren. Genau. Macht und Ruhm. Das One-Piece-Chat. Das gehört mir. Ganz allein. Oder so. Ähm. Wie viele Steine habe ich noch? 635. Mach bei deinem Kuliner die 2.000, 3.000 an Fleisch und Klamotten noch einen Unterschied? Ja. Die Klamotten und das Fleisch sind wahrscheinlich 20.000 wert. So. Wie viel kriege ich hier am Tag? 10,45. Das ist echt krass. 10 Tage sind 100 Bioferit. Und ein Schwert sind 100. Oh, scheiße. Nein. Es hat angefangen, ein Plastalschwert zu machen. Das habe ich aus Versehen gemacht. Aber ist vielleicht gar nicht so bad. Ein Plastalschwert. Nee. Ich breche es ab. Lass es. Vor allem nicht mit 14er Crafter. Das war mein Fehler. 25 Plastalschwert verloren ist aber okay. Kein Weltuntergang. Ich habe sehr, sehr viele intelligente Menschen. Warum zur Hölle? Hat keiner Bock zu scannen? Ihr macht mich fertig. Haben wir ein Fest, was wir feiern können? Nicht wirklich. Haben wir draußen ein Fest, was wir feiern können? Ja. Machen wir. Weil wir wollen ja irgendwann mal auf Transhumanist gehen. Und dafür brauchen wir noch zwölf Religionspunkte. Sollen wir mal ein bisschen hier Laternen festmachen. Das sieht so mit Death Rest aus. Guter Punkt. Und vor allem habe ich zwei von ihnen Capacity Serum-Dinger noch gekriegt. Dark Celebration Opportunity haben wir jetzt auch noch. Unforgettable. Aber Dark Celebration kann ich ja nur machen, weil ich einen Baum habe, oder? Ja. Den haben wir nicht mehr. Death Rest. Chat, was mache ich denn mit den beiden? Wo sind die denn überhaupt? Da ja hinten. Wem gebe ich sie? Matt kann jetzt schon vier Gebäude haben. Ich würde ihm gerne alle geben. Ich habe jetzt das. Das. Was fehlt denn? Warte mal. Es gibt fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Damit hat er alle. Was geht mal für Mann? Was geht mal für den Hemopump? Hemogen Amplifier. Das Ding ist so teuer. Okay. Dann kriegt Matt jetzt eins. Und Mann kriegt eins. Weißt du, mehr beim Scannen haben willst, kannst du ja bei Mann das Mining auf drei stellen. Ja. Ja. Bin ich da? Das ist die Frage. Welche Qualität hat Matt's Sarg? Gut. Was macht denn... Was macht denn die Qualität vom Sarg aus? Okay. Das muss auf jeden Fall gleich death resten. Das war von dir. Hier. Geh direkt mal death resten. Und wie sieht es aus beim Mann? Der muss auch jetzt. Bald. Aber das bauen wir erst auf. Okay. Jo, Neonets. Danke dir für den sechsten. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Aber besser erst einen Booster. Nicht, dass die wieder random linken. Ja, hast du recht. Das machen wir später. Wir bauen erst mal das hier auf. Ach, kann man was, die beim Sarg Todesschlaf geht immer gleich schnell. Okay. Junge, da habe ich viel Fleisch, Chad. Und viele Pilze. Alter Schwede. Ja, wir brauchen Balko-Traders. Ich muss die Kohle loswerden. Ich weiß ja nicht, ob ich Freunde haben will. Will ich nie andere Teilers Freunde haben oder nicht? Freunde sind nicht immer von Vorteil. Freunde sind auch gefährlich. 6 Animal Grass. Ist gut, dass er viel meditiert. Den haben wir. Wenn wir denen das Gute ist, wenn wir Raspiator für 20 haben, können wir den komplett auf Mining und auf Intellekt. Er hat 20 Mining und 18 Intellekt. Er kann scannen und dann arbeiten gehen. Das passt. Das passt. Anormally. Vielen, vielen lieben Dank für den 13. Das lieb von der. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ach, scheiße. Ich habe hier super wenig Stahl. Nur noch. Freunde sind gefährlich? Ja, Freunde sind gefährlich. Weil Freunde dazu neigen, zu kommen, um dir zu helfen und dabei manchmal dumme Dinge tun. Türen öffnen. Mit Granaten nach dir schmeißen. Mit Feuer nach dir schmeißen. Das ist nicht immer gut. Freunde sind manchmal nicht die Smartesten. Deswegen hatte ich auch schon manchmal Begegnungen, wo dann andere Fraktionen kamen, um uns zu helfen, die dafür gesorgt haben, dass er problematisch war. Deswegen Verbündete sind meist eher gefährlicher, als dass sie dir wirklich helfen. Weil sie die ganze Situation durcheinander bringen. Vor allem so eine Killbox, die oft einem bestimmten Schema folgt, um zu funktionieren, kann durch Verbündete leicht kaputt gemacht werden, sag ich mal. Indem sie alles durcheinander bringen und Dinge tun, die sie nicht tun sollen. Richtige Toiletten und Wander-Defizienz-Road. Ja, zwei wichtige Dinge, ehrlich gesagt. Ja, wir wollen den Umzug machen. True. Und wir wollen hier unten eigentlich die Einzelzimmer machen. True. Ja. Das wollten wir tun. Mit den einzelnen Blutbeuteln. Und da war ich in der Planung und habe vergessen, wie ich es machen möchte. Ja, ja. Ja, ja, ja. Okay, machen wir gleich. Nein! Oh, ich hasse es, wenn das passiert. Der hat ja noch schon eins gebunden. Warum hat er das jetzt einfach genommen? Ich verstehe es nicht. Wir brauchen dringend Einserzimmer. Wir waren doch schon im Schlaf. Oh mein Gott, das ist echt... Okay, ich muss hier wirklich aufpassen, wen ich wann wir hinlegen. Aber den anderen Teil zum Feind haben, weiß ich nicht. Dann wenigstens neutral. Die sind schon neutral. Die anderen Teilen sind neutral, die Schweine sind neutral. Ja, ich muss hier unten... Ich muss die Einzelzimmer machen. Da ist ja umgezogen, deswegen nicht mehr gelingt. Das ist richtig. Aber der lag ja schon hier drin. Der lag ja schon drin, bevor ich das hier gebaut habe. Ich verstehe nicht, warum man dann auf den anderen Zugriff nimmt. Das habe ich nicht verstanden. Ah, ist okay. Ist jetzt wie es ist. Das ist kein Problem. Ja, gehe ich jetzt... Ich mache Chatfangwahl mit Einzelzimmern. Soll jeder seinen eigenen Blutbeutel im Einzelzimmer haben oder nicht? Oder gemeinschaftlich. Ich habe überlegt, dass jeder seinen eigenen... Nee. Dann können die Räume auch ein bisschen kleiner. Ja, wobei... So hätte ich 1, 2, 3, 4, 5 Vampire. 5 Vampirzimmer. 6, 7, 8, 9, 10 Leute. Was mache ich in die Eckzimmer? Wieso hast du eigentlich keine Käferprobleme? Weil ich sie gerne esse. Wenn die Käfer kommt, dann esse ich sie auf. Dann machen wir hier vielleicht so einen Blutbeutelraum hin. Dann machen wir hier die Vampire hin. Und dann machen wir hier Strom hin. Mach mal so. Okay, fangen wir an. Wobei, vielleicht sind die Räume auch so schöner. So. So ist schöner. So machen wir sie. Okay. Perfekt. Minidose. Danke dir für die 16. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das haben wir verschluckt. Fuck. Karma. Das sah eigentlich cool aus. Die macht das so. Okay, okay. Wir machen jetzt Zimmer für sie. Benötig am Vampir nicht ein Thron sein. Nee, nee. Okay. Hier habe ich ein Blut. 89, okay. Die, 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 die. Badabadam, badabada, 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 badabada. Das waren aber die Kanalpunkte-Werte bis 22.30, oder? Yes. Okay. Oh, Chad. Ich glaube, wir fangen echt an, langsam den Vault zu bauen. Ich hoffe, wir überleben es, ey. Bro-Pool und Badewanne. Kommt auch, kommt auch. Aber erstmal noch ein bisschen stärker werden. Wäre nicht verkehrt. Quest available. Luca joins. Smoky Fallout. Für 19 Tage wird die Sonne geblockt. Nee, lass mal. Ich bin schon auf den Moment gespannt, wenn die Käfer in dem Raum der Monster auftaucht. Das wäre sehr schade. Weil ich nicht möchte, dass die Monster sterben. Ich bin sehr froh drum, dass wir die gerade haben. Und das Bioferit ist echt nice. Macht euch den Strom dahin, wo jetzt die Särge sind. Hier. Hier kommt das große Badezimmer hin. Mit Swimmingpool. Und Sauna. Hier kommt das neue Wohnzimmer hin. Und hier kommt der Ritualraum hin. Hier oben kommt alles für Gene hin. Und das sind beides Arbeitsräume. Und dann werde ich wahrscheinlich hier in die Ecken die Kraftwerke packen. Und hier kommen noch ein paar Einzelzimmer hin. Und das ist unser Vault 69. Ich hab Bock drauf. Das ist cool. Gefällt mir richtig gut. Gucken, ob wir es schaffen, den groß zu bekommen. Und gucken, ob wir es überhaupt schaffen, nicht zu sterben. Und das sind dann noch das Thema. Das mag ich nicht. Die mache ich hier komplett. Das muss nicht alles abgerundet sein. Die Papierräume können abgerundet sein. Aber diese kleinen Eier sehen doof aus. Die mache ich recht eckig. Das ist nichts aus beidem. Okay. Wenn das Krankenhaus nach links weg vom Feuer. Ja, wir können vielleicht das Krankenhaus hier hin bauen auch. Wenn wir wollen. Wir können ja auch sagen, dass wir vielleicht einfach hier irgendwie noch ein Krankenhaus reinsetzen. Ich bin groß. In der Nähe von der K-Box, aber weg vom Feuer. So, sind noch weitere kleine Metzenplanung. Ich glaube, das reicht. Warum sind die Eckräume nicht symmetrisch? Äh, sind sie doch. Wir fernen sie nicht symmetrisch. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. wird das ja mal durchziehe symmetrisch sein nein diese stellen sie betriebs langweilig das passt so lieber umziehen das war es ja ja Robbe vielen lieben Dank für den zehnten Monat ich glaube wir müssen umziehen Chat ist super aber ich darf nicht weiter runter buddeln ich komme zu nahen den Rand ran Inspired Surgery okay wo werden Steine gemacht da wie lange das dauert das aufzubauen ey passiv vielen lieben Dank für die 20 warum habe ich eigentlich so wenig Bioferit hatte ich nicht viel mehr davon wofür habe ich es ausgegeben doch ich habe 50 60 70 89 habe ich noch elf Stück habe ich 100 können versuchen Schwert zu machen was passiert am Rand weiß ich noch gar nicht halt die habe ich noch gar nicht ausgebuddelt für die Flares stimmt ein bisschen was haben wir für die Flares ausgegeben ihr habt recht machen wir es mal so schauen wir mal ob das so funktioniert danke Pasi ja wir sollten auch mal ades plündern damit wir Sincero wiederbeleben können das wäre auch nice ja die Killbox wieder sauber ja der hat es echt hingekriegt ähm das ist nicht gut dass das hier so fast kaputt ist ich mach das mal na ich kann es auch glätten dann können wir es reparieren und das sollte man dann vielleicht auch glätten damit wir es reparieren können Metti was geht ab Niemand kann sich erinnern was Sincero konnte lassen einfach liegen ne doch der konnte super gut construction und der war ein joggerfest learner ich erinnere mich an Sincero never forget magst du eigentlich nochmal neue Kinder oder reichen dir die ich glaub die 10 Leute reichen mir erst mal ich würde glaube ich erst mal in die ähm mehr in die Gene und sowas gehen das zu uns probieren ja vielleicht sollte man schon anfangen Gene zu extrahieren äh wie sieht denn so ein Ding denn aus so ein Gene Extractor ok probieren wir damit Gene Extractor und ein Gen was macht der Gen Processor so und ein Gen Assembler macht was genau so ok machen wir wo fangen wir damit an bringen Gene erst was bei neuen Kindern oder kann man auch schon Leben damit verbessern ich hab er sagt keine Ahnung ich hab mich nie mit Gen beschäftigt das lernen wir jetzt gemeinsam eine Genbank haben wir hier schon stehen eine da ist eins von vier Gen drin wir werden das jetzt alles alles lernen Chat ähm wie voll ist der Entitätspokedex äh das ist sogar ok voll aber auch noch nicht so ganz voll warum Base 4 bin seit kurzem dabei und außer deinem Zombie Run noch nicht viel gesehen ist das quasi das nächste Chapter von Matt das ist richtig Digger das ist die Episode Nr. 5 äh das nächste Chapter von Matt und Base 4 weil ich dreimal flüchten musste weil das neue DLC super schwer ist weil du vorhin sagtest du budddest nicht weiter runter weil du zu einem Rand bist was passiert da wenn du zu einem Rand kommst äh du kannst bis zu einem gewissen Punkt diesen Bereich hier den kannst du nicht ähm diesen Bereich hier da ist eine Linie außenrum seht ihr die in diesem Bereich kannst du nichts bauen das heißt ich könnte hier nichts machen ach Newell gestern gefragt ah ok 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 ja sorry ich überlesen habe in diesem Bereich kannst du nichts bauen äh Problem ist wenn du hier rein budddest kannst du es nicht mehr zubauen wenn Insekten spawnen und das kaputt machen zum Beispiel kannst du es nicht mehr zubauen und das schlimmste was passieren kann ist wenn du ein Loch bist ganz nach unten hast weil dann können da Raids sogar spawnen das darf kein Fall passieren deswegen will ich dann natürlich nicht hin danke Matti für die 10 vielen vielen lieben Dank ja ich lerne grad wirklich 2 DLCs in einem ok auf jeden Fall viele Komponenten auf dem Berg gefunden äh the following entities have escaped och man warum denn alter was ein Wurf ich hab ihm das eher in den Kopf geworfen hat ichера novell 5 5 einem 1 Untertitelung des ZDF, 2020 Boah, nice. Guter Zugriff, oder? Bitte nicht sterben. Ah, schade. Na ja, schade, schade. Yo, Tobi, danke dir für den zweiten, wichtigsten Monat. Und Gandalf, danke dir für den fünften. Vielen, vielen lieben Dank. Leider ein Monster verloren, Chat. Na ja, machst du nichts. Okay, so. Vielleicht baue ich da nochmal... Was macht denn so ein Shard-Inhabital? Da macht er einfach nur... Mehr Containment-Strength, oder? Brauchen wir ja nicht. Ich hab ja genug Containment-Strength. Gibt's irgendwas, was ich bauen sollte, was mir hier noch hilft? Was macht dieses Ding hier nochmal? Das macht auch nur mehr Containment-Strength, oder? Was brauchen wir alles nicht? Ne, Mode für Wanner D, um Gottes Willen. Wisst ihr mal, wie's aussieht. Je mehr Strength, desto seltener brechen sie aus. Ist das wirklich so? Muss das so oder so sein? So kann's auch sein, oder? Dann lass den jetzt mal weg. Machen wir's doch, damit sie nicht so häufig ausbrechen. Hallo Schranze, moin moin. Eine höhere Containment-Strength erhöht auch die Bioferit-Ernte. Uh, okay. Okay. Insufficient Containment. Wieso das denn? Dann geht's los. Yo, Gandalf, danke dir für den Gifted-Zapp an Manoli. Das ist lieb von dir. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Oh! Yo, ein Ghoul! Oh, Chad, ich wollte selber Ghoul haben. Ich hab's ganz vergessen. Lass uns mal selber Ghoul machen. Ich versuch gleich mal, welche zu entführen. Mit einem Ritual, dann mach ich da Ghoul draus. Okay. Ja, aber soll ich's probieren? Man gegen den Ghoul, wer gewinnt? Ich probier's. Ghoul soll ein super stark im Nachkampf sein. Ich gucke, ob Man gewinnen kann gegen den Ghoul. Eins gegen eins. Müssen's probieren. Okay, scheiß auf Gude. Ich hab Man. Er ist das schlimmste Monster von allen. Okay. Ghoul soll ein unfassbar krasser Nahkämpfer sein. Aber er ist noch viel krasser. Nee, ein Specker, ich nicht. Der ist tot. Oh! Oder wir machen Man zum Ghoul. Nee, wir werden trotzdem mal Ghoul machen. Wir müssen auf jeden Fall ausprobieren. Äh, der ist ja sehr, sehr stark. Kannst du kurz über den Deathrass erklären? Hab gerade den Porn drin. Ist wieder auf knapp über 90%. Jetzt fängt der Deathrass allerdings wieder von vorne an. Mach ich was falsch? Äh, also von vorne sollte der nicht? Du hast hier unten die Leiste. Und du kannst ihn irgendwann mal sicher wecken. So, bei dem hier. Oh, der ist grad schon rausgekommen. Du kannst ihn irgendwann mal sicher wecken. Oder auf automatisch wecken einstellen. Es gibt beides. Heck the Chosen. Danke dir für die 58. Vielen, 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 vielen lieben Dank. So, ähm, wir haben auch noch Deathrass. Oh, Man braucht einen Deathrass. Jetzt hab ich für den aber die Dings nicht gebaut. Und ich wollte dem ja so eine hemogenen Amplifier-Geschichte bauen. Ist das ja schon gebunden? Alles nicht richtig gebunden. Mann, ich muss die Räume für die machen. Ich muss machen, dass sie in ihre eigenen Räume umziehen. Schade, dass sie nicht im Sarg schlafen können. Schade, dass sie noch ein Bett brauchen. Wird's cooler finden, wenn sie's nicht bräuchten. Okay, wenn du vereinzelt Holzbarrikaden die Feuerfalle bauen würdest und dann die Feuerfalle aktivierst, würden die Barrikadenfeuer fangen wegen der Hitze. Äh, sollten die irgendwann mal. Ja, definitiv. Cooler oder Gula? Gula. Viel Gula wäre das dann. Danke für die Follows, by the way. Und danke nochmal, Acted Chosen, für die 58 Monate. Okay. So, Multi-Berry-Weapons, Minigun. Ich könnte jetzt eine Minigun bauen. Hat ganz schön lange gedauert, das zu erforschen. Gehe ich auf 8000 Waste-Back-Atomizer. Weißt du was? Da sparen wir uns erstmal kurz. Für den ganzen anderen Scheiß brauchen wir erstmal nichts. Ich glaub, wir haben noch gar nicht Sauna-Research, oder? Nein. Research mal Sauna. Yo, the real big art. Danke dir für den zweiten Wichtigsten. Man kann doch gut auch wiederbeleben, oder nicht? Ja, es gibt sowas hier. Ich hab's gesehen. Bei Anomaly, äh, Ghoul Resurrection. Aber das haben wir noch nicht. So, wie viel krieg ich dir jetzt hier am Tag? Oh, wow. Oh, ne, ich dachte kurz, 15, 7,23 krieg ich, okay. Warte mal, 7,23. Wenn das fertig ist, müsst ihr dann mehr bekommen, habt ihr ja gesagt. 7,23. Aber ich hab nicht mehr gekriegt, Chat. Funktionieren die richtig so? Anomaly-Forschung war auch durch. Äh, ne. Hab die, ah doch. Advanced Project war durch. Geh mal da rein. So. Mann, los. Wir müssen ein paar Sachen umstellen hier. Oh, ich muss Man jetzt eigentlich reinschicken. Na komm, versetzt die mal für ihn. hat der ja 3. Warte mal, was soll ich denn jetzt hier? Das hier. Das hier. Okay. Das hier. Das hier räumen, wenn wir fertig machen. So, mal ein bisschen Strom her. Okay. Hi, nur danke dir für die 2 Jahre. Vielen, vielen Dank. So, jetzt noch das hier. Und dann schmeiß ich ihn kurz hier rein. So, Mann hat dann 3 Sachen gebunden. Perfekt. Machst du was kurz fertig, bitte? Ja. Sehr gut. Dann müssen wir die ganzen Steine hier wegbekommen. Irgendjemand muss die Steine kloppen. Ich hab Bock auf einen Kaffee. Ich glaub, ich hör mal gerne noch einen Kaffee. Ich hab die ganze Zeit richtig, richtig Lust auf den Kaffee. So. Und du springst jetzt rein. Factory, hallo, hallo. Ab geht's mit dir, Mann. Jetzt hast du die 3 Sachen gebunden. Perfekt. Ist noch nicht der schönste Vampirraum, Chat. Müssen wir noch einiges tun. Oh, jetzt haben wir hier Gene. Jetzt könnte ich Gene extrahieren von jemandem. Wer hat denn spannende Gene? Vampir-Gene krieg ich nicht wirklich, oder? Ich glaub, mit dem Ritual probieren wir jemanden zu besorgen. Auf 100% Death-Rest automatisch wieder eingeschlafen. Jetzt muss ich vier Tage extra warten. Das hört sich ganz komisch an. Weil bei mir, du hast gesehen, ich hab ihn grad dahin geschickt. Jetzt steht hier, er muss Death-Rest machen für 2,9 Tage. Und die Sterne auf automatisch aufwecken. Und da steht er nochmal auf. Und ich kann ihn jederzeit hier wecken. Kann Vampire wiederbeleben, deren das Hirn weggeschossen wurde? Kannst du überhaupt jemanden ohne Gehirn wiederbeleben? Bin mir nicht sicher. Wenn dann nur den Twitch-Chat. Weil die ja schon vorher keins hatten. Ha! Ich bin mir echt nicht sicher. Vampir-Gene kann man auch extrahieren. Sicher, dass es geht? Ich kann's probieren. Rest beside. Du bist auch ein Vampir. Hier, okay. Enter. Okay, ich schmeiß mal Cessna rein. Okay. So, jetzt ist er da drin. Was passiert jetzt? Oh, jetzt werden seine Gehner extrahiert. Okay. Wollen wir, ob sie rauskriegen. Okay. 109 Steine. Die muss ja auf jeden Fall auch kloppen. Mann, ich hab irgendwie das Gefühl, wie kommt mit der Arbeit hinterher? Na gut, das liegt wahrscheinlich an den Fallen hier gerade. Wer sitzt da seine Gehner da noch? Ich glaube, ja. Er verliert dann die Gehner nicht, oder? Was passiert ist, ich kann's immer lesen. Automated surgery machine that can extract a person's genes and create a gene pack from them. The extracted genes will be randomly selected from the person's Xeno genes and Gremlin genes. You can force someone into the machine, but they won't like it. Extracting person's genes while their genes are currently growing will kill them. Otherwise gene extraction costs no lasting harm. Okay, nein. Du kriegst einfach welche raus. Das heißt, du kannst, du kriegst einfach gene. Ich muss aufpassen, dass die nicht töten. Chat, ich hab euch. Was Elo hier nämlich nicht weiß, ich kann ihn zwar nicht verwarnen, aber ich kann Elo Pups verwarnen. Hab mir darauf hingewiesen, dass der Chat auch Gefühle und Gehirne hat. Oh. Ich wurde verwarnt. Oh, scheiße. Ich muss meinen Roboter angreifen, bitte. Oh, nein. Es tötet nicht, nein. Es tötet nicht. Ich weiß. Chat. Ich mach mal kurz einen Kaffee. Genießt so lange die schöne Musik. Bin sofort wieder bei euch. Ich hab richtig Lust auf einen Kaffee. So. Okay, come on guys. Ich hoffe, heute passieren keine schlimmen Sachen. Ich hab halt keine Kraft für schlimme Sachen. Wir müssen... Oh mein, es wird zu schwer, das Ende zu schaffen. Ich hab Angst vor dem Ende. Ich hab Angst, wenn wir das Portal zur Hölle öffnen. Ich kenn das Ende nicht. Hab mich halt nur spoilern lassen. Ich weiß nicht, was da kommt. Hab den Autosave geladen. Mein Pond steht random auf und fängt an sich zu entspannen, sein Kind zu füttern, will danach auch wieder hinlegen und Death Threads von vorne anfangen. Was ist das für eine Mechanik? Dann klingt irgendwas kaputt. Oh, oh. Dann klingt ja irgendwas kaputt. Weil normalerweise ist es nicht so. Äh. Warum ist da so ein Monster? Ist das alleine da? Welcher Stufe ist da? Ich bin gerade auf Stufe 2. Overndorfer. Vielen vielen Dank für die 19. Oh, scheiße. Your colonists hear sightsealers shrieking in the distance. It's hard to tell where they are or how many. They might arrive immediately or days after. Okay. Okay, okay. Äh, der Spaß beginnt. Hab ich gerade in der Sekunde nicht gesagt? Hatte ich nicht gerade in der Sekunde gesagt, dass was Schlimmes passieren wird? Oder nichts passieren soll? Und dann ist direkt was Schlimmes passiert? Ich führte den da trotzdem. Und lass das mal auf. Ich hab einen Detektor hier vorne, ja. Okay. Dann sollen die nämlich herkommen. Ja, Randy hört mich wirklich. Okay. Aber ich weiß ja, Senior Cent, also ich weiß wirklich nicht, was bei dir da ist, äh, da mit dem komischen Death Thrust, dass das nicht so funktioniert. Also bei mir klappt das ganz normal, die Mechanik. Die müssen halt ab und zu mal rein. Ähm, warum hat Zest... Oh. Kann er da drin verhungern? Muss er gefüttert werden im Genextraktor? Anscheinend. Holy shit, der Arme. So, jetzt haben wir ein Gen bekommen. Quick. Fast Runner. Das ist ein gutes Gen, oder? Jetzt haben wir hier noch so ein anderes Gen. Fast Runner. Plus 1 Complexity, minus 3 Metabolic Efficiency. Nice. Okay, und das hat er jetzt ja trotzdem behalten, sein Gen, oder? Fast Runner, ja, ja, genau. Aber ich glaube, jetzt ist er... Solange die wachsen, 16 Tage lang, darf ich die dann nicht wieder reinstecken. Und er hat ihm da schlechte Laune gemacht? Nö. Bei dem voll egal. So hat er nur dieses krasse Xenogen bekommen. Fast Runner ist kein Xenogame. Oder welches meinst du? Oder meinst du das hier oben? Gibt auch eine Warnmeldung? Okay. Heiß. Macboss. Ja, Macboss können wir gleich holen. Wollen wir sowieso. Gute Idee. Was machen wir? Macboss gegen die Unsichtbaren. Wenn die gleich da sind. Hört man die schon? Nein. So, die Kinder. Wann werden die erwachsen? Das dauert noch. Komm, Leute. Baut man den Rest auf. Warum seid ihr denn so langsam? Und macht mal Steine. Wir haben viel zu tun. Detector ist... Ah, stimmt. Der ist noch nicht am leuchten. Ihr habt ja recht. Ähm. Ist Macboss in einem Run gestorben, weil er gehen und abgegeben hat, die nicht nachgewachsen sind? Nee, Macboss gestorben, weil ich mich verklickt habe. Und ich habe jemanden zum Vampir gemacht, obwohl ich ja noch keinen zum Vampir machen durfte. Saunas wurden erforscht. Chat, jetzt erforscht. Weil die wichtigen Sachen. Swimmingpools. Let's go. Hat einer von den Gefangenen gute Gene. Oh ja, warte. Die können wir da auch reinstecken, oder? Act the Chosen. Rein mit dir. Nice. Wir können die super gut da reinstecken. Die haben eh keine Beine. Die können nicht weglaufen. Ich glaube, die haben keine schlechte Gene. Die haben auf jeden Fall so Strong Melee. Die haben Robust. Das sind zwei gute Gene. Die will ich haben. Der Rest ist mir egal. Sleepy ist auch nicht so gut. Wobei, ich brauche ein paar negative Sachen hier auch. Sonst fressen die mir die Haare vom Kopf. Wobei, Essen habe ich eigentlich haufenweise. Visitors. Oh oh. Okay. Es sind anscheinend noch keine Monster da. Genau, Riesen. Genau, Riesen, ja. Okay. So. Ähm. Welches Licht sollen die Vampire bekommen? Waren wir schon so ein Rot wäre schon cool. Okay. Dann stellen wir den Rest auch nochmal um. Das für ein Rest beside sein Casket. Und dann machen wir bald ein eigenes Schlafzimmer für alle, Chat. Verrückt, oder? Und dann ein eigenes Wohnzimmer. Hm. Double Dude. Hallo, hallo. Kannst du nicht Fackeln an die Wände machen? Ja, aber Fackeln müssen die mal wieder mit neuem Holz beladen und so. Okay. Das hier wird sowieso dann die Sauna. Und das hier wird dann, ähm, das Wohnzimmer. Aurora. Okay. Was fehlt dir noch, um ins Finale zu starten? Oh, einiges. Ich hab ja nicht mal... Ich kann ja die Monolith nicht mal Stufe 3 bringen, aktuell. Wir sind noch weit entfernt. Machst du auch die Räume glatt? Ja, über kurz, dann machen wir auch alles schön und glatt. Aber erstmal probiere ich zu überleben. Ich muss irgendwie scannen. Das stimmt. Vampire mögen auch kein Feuer. Fuck yeah, das ist ja gar nicht so gut. 7,23... Oh! Achso. Oh nein, jetzt hab ich von dem... als Gen... Dings bekommen. Den, äh... seinen behaarten Schwanz. Jetzt haben wir... Act Chosens behaarten Schwanz. Und ich weiß nicht, wie wir den geben wollen. Kanonenfutter. Nehmen wir dich als nächstes. Okay. So. Wie lange spielst du in diesem Run schon? Äh... Seit... 52... 53 Stunden. 53 Stunden. Okay. Ich glaube, es ist Zeit, Max zu rufen, oder? Machen wir es nochmal. Probieren wir es mal aus. Matt. Ruf mal. Oh. Lass Max gegen die kämpfen. Die Mocker ist geil, die sind da. Ach, Level 3 war Dish. Du hast recht. Hast du schon den Untotenfallgang? Benutzt ihr noch nicht. Das wollen wir auch noch machen. Guck mal ab, das funktioniert. Was ist das für ein Alarm? Unsichtbare Monster sind da. Wir sind hier. Hört ihr das? Hier sind sie. Und warten auf uns. Aber wir sollen dagegen die Monster kämpfen. Ich habe super viel Tether to Peril, wenn meine ganzen Rüstungen kaputt gehen. Das ist nicht gut. Ich habe heute gar keine Rüstungen mehr. Und ich kann den Wert noch nicht wieder beleben. Haben wir Flares? Ja, wir haben noch Flares. So, ich sammle jetzt weiter Gene. Wollte ja mal sagen, habe mir das Game jetzt auch geholt. Ich habe immer noch nichts. Aber es macht super Spaß. Danke für den Tipp. Das Spiel ist der Hammer, Zeus. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Gibt es kein Tool, um die aufzudecken? Doch, du kannst mit Flares stunnen oder mit EMP-Granaten. Oder einfach gegen sie kämpfen. Machen sie eine Medizin kaputt? Nee. Okay. Komm, da musst du überhaupt so schnell. Da ist er schon. Ich bin gespannt, ob wir gegeneinander kämpfen. Tun sie, oder? Ja. Wer gewinnt? Ich glaube, die Max gewinnt. Ich glaube, die Max gewinnt. Oh, ein Chart ist gedroppt. Nice. Wow. Der Sprung ist ja weg. Er wird Schrans zurück. Die Max gewinnt. Ich glaube, die Max gewinnt. Ja. Der Sprung ist ja weg. Er ist ja weg. Ja. Das ist ja weg. Scheiße, Mann ist noch nicht wach. Das gefällt mir nicht. Scheiße, wo sind die denn alle? Okay, kann ich mir mal erklären, wo die ganzen Monster herkommen? Ist die Zombie-Mod wieder aktiv? Nein, das ist das neueste DLC-Aprobe. Die Monster kommen alle aus der neuen Erweiterung. Das ist das, was wir spielen, Anomaly, was wir seit Wochen schon spielen. Das ist alles die neue Erweiterung. Die super krass ist, aber auch super schwer ist. Macht da mega Laune. Lass mich gehen, den Monstern und den Mechs. Macht so Laune. Man hat so viele Möglichkeiten. Rimmert ist schon klasse. Mega. Rimmert ist so geil. So viele Möglichkeiten. Jo, irgendwo fehlen mehr Leute. Ah, da hinten bist du. Wo ist denn der Rest von euch allen? Habe ich wirklich nur so wenig Kolonisten? Junge, das wird vielleicht doch gar nicht so einfach. Okay. Fuzzock, vielen lieben Dank für den zweiten, wichtigsten Dank für deinen Prime-Sub. Wie oft kann er eigentlich wiederbeleben, der Epoch-Ritten? Ich bin mit Biotech noch nicht durch. Ey, wie du siehst, ich lerne auch noch voll viele neue Sachen bei Biotech und so. Rimmert hat so viel Content. Das ist aber so geil. Man könnte Bücher bei dir an schreiben. Man müsste sich nur die Dialog überlegen. Ja, die Wetter sagen ja schon ziemlich cool. Macht mega Spaß, jetzt zu spielen. Blümert schreibt dann einfach Geschichten. Komm, scheiße. Schau, was kann ich nicht mehr. Stun! So töte ich den Epoch-Ritten. Los! Ich war letztens beim Feuerwehrmann. Lustigerweise über zehn andere Ecken als über dich. Ich soll dich aber lieben, grüßen. Liebe Grüße zurück an den Rimmertauer. Okay, Sergio, danke dir für die 34. Der Epoch-Ritten macht schlechte Laune. Ja, das weiß ich. Der Epoch-Ritten macht, dass die Leute Angst haben. Minus 19. Oder Hatred. Kann er mal sterben? Gab es eigentlich noch ein Monster, was lebt? Vier Stunden leider nur. Hat Menschen Bionics den noch nicht. Ich will ihm lieber den Tag hergeben. Schöne, große Fleischpeitsche. Oder zwei. Weih! Der Mann macht einen guten Akkampfschaden. Wobei, ich glaube, es wird mir eine Waffe nicht addiert. Junge. Der Turm, der explodiert, steht da nicht so gut. Okay. Noch ein Chip. Nice. Schaffe ich den irgendwie da oben zu tenden und dann gefangen zu nehmen? Habt ihr gut gemacht. Let's go. Badababam, badadam, dadadam. Drei Stunden. Zwei. Schaffen wir, oder? Ja, Mann. Tim kommt jetzt hier. Capture. Äh, was zur Hölle? Ah, es sind zwei. Da lebt noch einer. Ich meine, warum nicht, oder? Bioferit ist Bioferit. Mit einem geschenkten Monster schaut man nicht auf sein Bioferit-Output. Wo war das Schad? Da. Ich will nicht in den Berg. Du hast keine Frage. Äh, du hast keine Frage, sag ich schon. Du hast keine Wahl. Capture. Okay. Welche Events du schon hattest? Äh, bisher hatten wir ja diese, in diesem Run diese Events. Ich hatte schon ein paar mehr. Ein paar Sachen kenne ich noch nicht. Ich glaube, das kenne ich noch nicht. Ich glaube, das kenne ich. Das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. Das kenne ich, glaube ich, nicht. Das kenne ich auf jeden Fall nicht. Ich bin nur so funktionär. Ich weiß. Wer würde ich sie nutzen können? Aber manchmal bin ich auch mal lazy. Okay. Oh, es wird geil. Bock auf den Run. Okay, nice. Guck mal. Warte mal. Der Harvester. Ich gucke einfach noch einen Harvester. Wieso bekommst du eigentlich immer Maps, wo so krasse Berge sind? Kann man das irgendwie einstellen? Ja, ich habe eine Mod, die heißt Geological Land Forms. Und über Geological Land Forms kommen neue Landformen dazu. Sowas wie Inseln, wie Fjorde, wie was weiß ich, was, alte Vulkane, also Calderas und sowas. Und unter anderem gibt es da eine Fraktion, so eine Berg-Fraktion, Formation, die heißt Cliff. Und vor allem, wenn du Cliff Corner auswählst, also hier Cliff Corner, dann hast du immer ein Gebiet, wo eine Klippe an zwei Seiten ist. Also an so einer Eckklippe, wo du hier einbauen kannst. Und das Ganze kriegst du bei Geological Land Forms. Also das ermöglicht einfach mehr verschiedene Landformen. Das sind eigentlich schon neue Kinder in der Kapsel. Ich weiß nicht, ob wir weitere haben wollen. Irgendwo, irgendwie wurde Edo bei mir auf einmal deutlich leiser. Heißt das bei jemand anderem auch noch so? Chat, ist das noch bei euch so? Bin ich leiser geworden? Hab ich irgendwas falsch gedrückt? Habe ich was falsch gedrückt? Nein? Okay. Andang, Sab, dann hast du bei dir vielleicht was verstellt. Dann hast du vielleicht bei dir was verstellt. Was für ein Gen haben wir gerade gekriegt? Ich hab gar nicht drauf geachtet. Roar, Voice, oh, da ist auch Robust mit drin. Robust, Awful Mining, Slow Wound Healing, Robust. Hm. Den kann ich da jetzt noch reinschmeißen. Ja, ich warte das mal. Wie heißt die Mod nochmal? Geological Land Forms. Das findet ihr auch in der Mod-Liste da. Okay. Warte mal, man hat Death Rest fertig. Dann fange ich jetzt mal an und schicke mal Matt in seinen Death Rest mit fünf Sachen. Ey, ist geil, oder? Guck dich mal an, was der Stadis bekommt hier. Ich hab doch noch nie so geil. Ey, es war zum Spaß, ey. Hill kann rein, Hill hat keine Gene. Und deswegen kann Hill nicht rein. Okay. Da ist ein bisschen was kaputt gegangen. Das gefällt mir nicht. Okay. Ich meine, ich könnte versuchen natürlich nochmal zum Beispiel von... Oh, nicht von Man. Das würde ihn töten. Das wollen wir nicht. Sas würde ihn auch töten. Das wollen wir nicht. Rest Beside. Dann geht der gleich rein. Okay. Oh ja, mein Mac braucht ein Repair. Scheiße, ich hab ihn vergessen zu reparieren. So, Serum haben wir jetzt erforscht. Oh, guck mal, jetzt können wir Ghoul Resurrection machen und die ganzen verschiedenen Seren. Geil. Oh, ist geil. Research läuft jetzt richtig gut. Wir machen jetzt richtig Progress. Das hier muss eigentlich auch eine andere Farbe haben. Eher so ein Blau oder sowas. Oder sowas hier. Hast du dir die Inflationen in Deep Tool Tips der gefangenen Monster angeschaut? Was für eine Inflationen? Ist ja cool, da bin ich gut. Lila. Entity. Knowledge Gain wird studiert. Escape Intervall und Bioferite extrahieren wir hier. Die Game 3, also ich hab' ich da über 10 am Tag. Das ist nice. 161 haben wir noch. Also können wir noch gut halten. Da mach' ich auch seine eigenen Chimieren bekommen. Es wäre so coole Haustiere. Ich glaub' das geht nicht. Aber sie sind schon geil. Große Wautis. Ich mag große Wautis. So, bald haben alle dann ihre eigenen Schlafzimmer. Wenn ich den Menschen ihre eigene Toilette gebe, macht es Sinn, Chat, dass die im Schlafzimmer alle ihr eigenes WC haben? Macht das Sinn oder macht das eher nicht Sinn? Nee, die sollen lieber den Sarg machen. Ja, oder ich mach' halt hier dieses große WC. Nutzt dann jeder? du kannst einstellen, dass nicht jeder nutzt. Du kannst hier einstellen, dass es an ein Bett gelingt ist. Und dadurch benutzt das nur die Leute, denen auch das Bett gehört. Kannst es linken? Minigun bin ich mir gar nicht sicher, ob ich noch eine Bauer, wo ich jetzt Research habe. Wir wollten ja Bell, glaube ich, die Minigun geben. Nee, Warte Tiffy. Mit careful Shooter hat mir überlegt. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass ich jetzt hier das Zeug hier baue, dass du den Max Wecklord Suit Junge, ist der scheiß teuer. Alter ist der scheiß teuer. Gut, mach mir mal nochmal 100 Komponenten hier und mach mir da nochmal 50 Advanced Komponenten hier. McLeod Suit sollte aber der beste Arbeiter machen. Grund. Okay. Tja, Chat, es kommt leider, es kommt leider gerade keine Bulk Good Trader, was uncool ist, weil ich eigentlich den Scheiß loswerden muss. Vor allem, weil der Koloniewert den durchdeckt geht. Über 200 K. Okay. Die Blutbeutel sollen dann da unten rein, ja? Okay, ich versuche mal die Steine mal alle wegzubekommen. Dann können wir nämlich hier vorne auch schon mal wieder ein paar Fallen bauen. Ich meine, das Gute ist, wir müssen sowieso die Steine loswerden, dann können wir sie auch in Fallen verwurschen. Besser als, ich bin so hoch zu klicken, das heißt, wenn wir jetzt einfach überall Steine rumliegen haben, können wir die Steine auch und fein umwandeln und vielleicht brauchen wir sie mal, vielleicht auch nicht. Du könntest ja immer noch einen Teil verschenken und dann die, man die haben nur 1000 Silber, die anderen Trader, aber ja, du hast wahrscheinlich recht. Wahrscheinlich sollte ich vielleicht Freunde machen und die dann holen und mit denen dann traden. Oh! Fuck! Ja, es gibt einen Daktion, würde ich auf jeden Fall auch machen. Dave. Nee, Mac rufen will ich gerade nicht, weil wenn die Macs jetzt kommen, werden die Macs mich angreifen, weil die ja noch nicht angreifen, dann kämpfen die nur gegeneinander. Ähm, scheiße, es ist schon wieder, ja, ich lasse die einfach kommen und werde hier vor. Oh, scheiße! 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 Oh nein! Jetzt kommen die Besucher und haben sie angelockt auch noch. Oh, ein Mac schläft da auch. Fuck! Ich muss ohne Mac kämpfen. Hm, es quält mir alles nicht. Feuerfalle bringt leider nichts gegen die. Hitze macht hier nichts. Oh, okay. Möchte Fein laufen. Ach, es bringt nichts, die 23 Fein werden da leider nichts bringen. Okay, okay. Ich Idiot. Ich habe nicht aufgepasst. Wow! 59! Riesenfaultiere. Ja, der Mac Commander Helmet. Exzellent. Das ist voll nice. Oh, legendärer Catafract Helmet. Ich weiß nicht, ob sie gegeneinander kämpfen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. ich glaube die zählen als Tiere, oder? Ich glaube, die kämpfen nicht gegeneinander, Chat. Ich glaube, ich lasse es lieber. Ich versuche die so zu bekämpfen. Weil ich glaube, es sind Tiere. Okay, ich habe ein Problem hier gerade. Ein großes Problem. Ich habe keine Schützen. Ich muss noch die Kinder herholen. Oh Gott. Fuck! Die Tür war sehr, sehr dumm. Oh mein Gott, Chat sterbe ich jetzt gerade? Ich glaube, ja. Ich glaube nicht, dass ich gegen 80, 80. Oh! Warum sind sie durch? Das ist gerade sehr schlecht. Das ist gerade sehr, sehr schlecht. GG. Ich glaube, es ist gerade sehr, 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 Ich glaube, Ja, warum sind sie durch? Ich verstehe nicht, warum die durch sind. Ich verliere alle meine Schützen. Ich glaube, das war's. Ich glaube, daran ist so wahr. Ich glaube, das war's. Ich bin sechs Stunden tot. Bitte fahr einfach rum. Bitte stirb nicht. Bitte werd einfach bewusstlos. Okay, alle bewusstlos, ja? Elf Stunden. Fünf Stunden. Fünf Stunden. Boah. Oh, bitte geht weg. Soll ich Mad wecken? Ich muss den wetten, äh wecken. Let's go. What do we dos? Oh. Das war's. Ich krieg nur noch 19% Schaden. Krass. 9,5 Schaden. Tough. 50% Mittelwert, 50% Robust. Final Value, 19%. Man muss es tanken. Okay, die hauen das mal ab. Okay, 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 okay. 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 Okay, 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 okay. Es ist alles okay. Es ist noch nichts passiert. Es ist alles noch okay. Wollen wir noch mehr Monster? Oder scheiß das mal auf noch mehr Monster? Okay. 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 Warum haben sie auf einmal abgelastet? Das ist eine Mechanik. Die greifen nicht an. Wenn viele verletzt sind, fliehen sie. Und dann kommen sie wieder. Die greifen nicht in mehreren Wellen an. Boah. Boah. Oh. Aber sie kommen. Scheiß Timing. Fuck. Ich komm jetzt aber schnell, ey. Junge, irgendwer blockiert den Weg. Oh, willkommen an diese Jump Packs. Die kannst du bauen, wenn du das Royalty DLC hast. Da kommen die mit. Ist das noch aktiv? Das Metalblatt? Wie viele leben denn davon noch? 70 Stück. Ich hab nur 10 getötet. Granaten? Ich trau mich, keine Granaten durch eine enge Tür zu werfen. Stimmt. Matt kann nochmal Combat Comment machen. Und ein bisschen Vampirfähigkeiten benutzen. Fuck, was viele. Wenn die durchglütschen, sind wir tot. Sind die Einchen, finde ich, gegenüber Tox Gas. 50%. Run steht nur rum, weil er zu low ist. Will die nicht in den Kampf schicken. Aber ich glaube, langsam muss ich ihn hinschicken. Oh, die Mauern gehen kaputt. Das ist aber kein Vampir. Das ist aber kein Vampir. Oh, die ist fast kaputt, die Wand. Okay, rechtzeitig hat er noch 15 HP. Oh, die ist fast kaputt. Oh, die ist fast kaputt. Oh, die ist fast kaputt. Ist fast kaputt. Na, ich weiß nicht, verstehst du da? Ich weiß nicht, was ist das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ist das? Bei solchen Kämpfen wäre ein Shot ganz besser. Ich habe mich geäst, dass ich etwas nicht mehr auf dem Kopf hätte. Ich bin ein Eingang und ich habe mich geäst. Ich habe mich geäst, dass ich mich nicht mehr auf dem Kopf hätte. Okay, puh, Minigand habe ich aber noch nicht gebaut, nee. Bro, mein Kühlschrank ist viel zu voll. Ähm, ich muss auf jeden Fall doch ein bisschen was verschenken. Mann, ich würde so gerne das Zeug verkaufen. Ich verschenke jetzt einfach 3000 Twisted Meat. Wobei, ich könnte natürlich auch Regale bauen. Ich würde so gerne, ich würde so gerne. kassel viel los bei der magic powers erst mal spiel dann ja noch quest aber wir haben keine zeit für quest hallo willkommen zu hause tscheli sag mal kurz in der tasche hallo ich bin wieder bei euch uff ja 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 ich weiß immer alles niemals sagt wie du frech das ok 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 wenn du den eingang in die krankstation links baust ja hast recht vielleicht euch dahin die eingänge die machen ja so für die stunde noch für die kanal punkte wette hat einfach man carried man carried 18 nahkampf brawler es ist einfach eine maschine wenn es einfach eine maschine es ist einfach eine maschine chat schau mal wo dann liegt danke dann war das schon am sterben jetzt bin ich noch am arzten nomad ok ok er muss aber andere angriffstilus hinbauen vielleicht die trelle gute sachen verkaufen ist egal ob die wenig selber haben uns schon zu rufen das stimmt viele hunde sind es noch 14 15 ist ok es haben unter kontrolle schafft man nachkämpfer die füte alleine ja schon fast gesund das ist insane wie sein also man es gleich schon wieder fit durch die gene dieses super fast wund healing 400 oh fuck feuerfall ist mein einziger weg vorab macht ja schon wieder mom in bedative spielen tun ein Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Wenn ich Glück habe, klappt das mit dem Feuergang Sollte aber klappen eigentlich Okay, langsam kommt das Spiel wieder an seine Grenzen Was hier zu viel 70 Grad 100 Grad Oh scheiße So nicht Kumpel 130 Grad Okay, da stauert sich aufgelöst 200 Grad 250 Grad 300 Grad 350 Grad 400 Grad Criptox, danke dir für den vierten, vielen, vielen Dank 450 Grad 500 Grad 500 Grad Okay Ich habe es geschafft 800 Grad 900 Grad 1000 Grad Und 1000 Grad Jetzt die Faultiere Ja, wenn ich die Faultiere jetzt hole Und einfach vorne zu mache, dann sollten wir noch safe sein, oder? Penumbra Penumbra Ich nehme die Legendary Oh scheiße Scheiße Oh, das ist scheiße gelaufen, Kumpel Habe ich mir anders vorgestellt Ich bin da draußen Und einfach Wasser Ja, ich nehme es bis zum Bine Und vorne das ist Po Höiße 96 dont Danke Wir machen es Kind Das ist just Es N Aerosc Alter, puh, okay. Let's go. Junge, Alter, ich habe endlich gute Kolonisten. Ich fühle mich zum ersten Mal halbwegs safe. Es passiert einfach zu viel, Chat. Es passiert zu viel. Ich würde, glaube ich, diesmal die Leichen vielleicht hier reinschmeißen und schon langsam unsere Leichenfalle bauen. Mit denen, die wir vielleicht noch bekommen können. Tür ist zu, oder? Ja. Der wird sie besiegen alleine. Es tut mir leid. Wobei, er kommt von Periam. Es tut mir nicht leid. Okay, er schafft's. Ich glaube, er hat's nicht geschafft. Scheiße. Junge, was habe ich denn überhaupt so viele Meldungen hier rechts? Puh, okay, okay, okay. Alles ist in Ordnung. Jetzt kommt mal bitte alle kurz klar. Matt, ähm, ich kann dich jetzt nochmal deathresten lassen. Ich glaube, das tue ich jetzt ja auch mal. Warum fehlt denn überall hier Blut? Sind hier immer noch 1000 Grad drin? Okay. Rest beside muss auch schlafen, ja. Ist vielleicht ein guter Augenblick, das jetzt zu machen. War das hier von Rest beside? Ja. Warte, machen wir das jetzt, so lange die Faultiere da sind. Wir sind Gamer, leider geil. Danke dir für die 33 Monate. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Chat, in 6 Minuten kriegt ihr neue Kanalpunkte, wette. Puh, let's go. So, rein mit dir. Und Matt, wo bist du? Du füllst noch den Rest auf und dann auch rein mit dir hier. Wie lange hast du die Sickness? Drei Tage. Komm, dann kannst du jetzt auch deathresten. Ist das Bild nur bei mir so cropped? Was meinst du mit cropped? Meinst du die Außenwand hier? Dass die Karte zu Ende ist? Meinst du das hier unten? Badabam. Okay. Medical Emergency. Achso. Ja, der. Okay. Äh, Tiffy, wieso hast du keine Rüstung mehr? Weil sie nur noch 16% hat. Und ich hab keinen Planstein mehr. Fuck. Nur noch 69. Nice. Yo, Gabatz. Vielen, vielen lieben Dank für die 9. Und Shadow, danke dir für die 54 schon. Vielen, 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 vielen lieben Dank für die ganz, ganz, ganz lange sofort schon. Chat, wir besitzen irgendwie nichts. Wir sind pleite. Oh. Oh Gott. Group of Travelers, das ging aber schnell. Swimmingpools haben wir gerade erforscht. Power, shower, smart toilet und sowas machen jetzt auch alle schnell. Schlaf gut, 30, gute Nacht. Puh, hey, sie kennen, hallo, hallo. Junge, 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 Junge. Viel passiert heute, viel passiert. Es ist eigentlich stimmt, wenn man Marina einmal unter 50% hat, hält die noch weniger aus. Nee, das nicht. Die geht halt einfach mal kaputt und die Leute sind nur unglücklich, dass sie unter 50% ist, aber die hat die gleichen Werte. Sehr viel Blut. Es sind sehr viele wilde Dinge passiert. Aber wir leben. Puh. Aber wir leben. Okay, ähm, was mache ich jetzt am sinnvollsten? Mann, ich brauche Bulkotraders, Chat. Das ist belastend, dass wir die nicht haben. Ähm, vielleicht sollte ich das hier mal auf Importen stellen. Der Harbinger Trigger glücklich sein. Ey, die kriegt er gar nicht. Ich will die Monster für mich behalten. Und sie dann wieder überleben als Killbox. Feiner Chimera sammest du kein Bioforit? Äh, doch. Habe ich aber automatisch eingestellt. Das läuft über die Boxen und das eine läuft automatisch. Kriegen wir gut was zusammen, jeden Tag. Kannst du aus dem Fleisch viel herstellen und verschenken? Ja, aber ich könnte es auch was oder verschenken. Das Problem ist, wir kommen leider jetzt nicht weiter. Alter, sonst wieder. Bei 44 Stunden endet mein erster Run. Trage. Scheiße, McChain. Aber es gehört dazu. Das ist ja das Schöne. Ich will mit erzählt, tolle Geschichten. Die nicht immer von Erfolg gekrönt sind, aber das ist ja vollkommen in Ordnung. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Hier sollen dann die Einzelzimmer entstehen. Okay. Den nächsten Macboss rufen. Vielleicht keine schlechte Idee. Wollt ihr sehen, wie der Macboss gegen die Faultiere kämpft? Ich kann euch ernst sagen, das wird ein kurzer Kampf. Dafür brauchen wir... Da mache ich wieder eine große Antenne, wa? Dann machen wir wieder... Das Ding kostet jetzt mal so viel Plastell. Scheiße, kann ich nicht, weil Matt schläft. Kann ich nicht. Müssen wir selbst bekämpfen. Solange Matt schläft, kann das nicht. Die Meeren greift mich an. Jetzt finden wir raus, ob sie gegen ein Faultier kämpfen. Ich möchte hier wieder Sandstein. Okay, die greifen noch Tiere an. Okay. Du könntest aus der Kacke mehr Sprit machen. Du hast etwa sehr viel davon. Ja, ich muss auch gleich hier verlegen, die Sachen. Unten, unten rein da. Ein bisschen zu viel Scheiße. Oh mein Gott. Da ist kein Platz mehr für die Scheiße. Oh, ich habe Bock. Wir machen gleich die Räume hier anders. Und schöner. Ich muss nur gucken, dass ich... Was mache ich jetzt gleich mit den ganzen toten Tieren hier draußen? Unangenehm. Sehr unangenehm. Mehr Kinder an denen. Nee, Kinder reicht, glaube ich. 13.000 Scheiße haben wir. Ich werde hier unten die neuen Kraftwerke reinsetzen. Viele passen hier so rein. Oh, das ist perfekt. Guck mal, das ist perfekt. So, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kraftwerke. Ja. Diese beiden Räume, ja, die machen wir gerade leer, weil da werden wir was umbauen gleich. Wie sieht es mit den Kindern aus? Sangun ist 8, ein Viertel. Tamara wird bald 7. Und Han in 2 Jahren 7. Ich glaube, die an der Ecke kannst du trotzdem befilmen, weil ich bin nicht täuscht. Aber ich bin mir nicht sicher. Wette ist durch. Chat, let's go. Glückwunsch. Ich kriege eine neue Wette. Überleben alle Kolonisten bis 22.30 Uhr. Ja, ey, ganz ehrlich, das war mehr Glück als Verstand. Als die Kolonisten hier lagen, 3, die down waren und die Meeren waren drin, hätte ich niemals erwartet. Also, real talk. Dass das, was wir da überlebt haben, ist mehr Glück als Verstand. Dass das nicht schief gegangen ist. Anyway, ihr kriegt eine neue Wette. Und zwar überleben alle Kolonisten bis um 1 Uhr, ja. 1 Uhr ist gut. Da haben wir 1 Uhr. Überleben alle Kolonisten bis 1 Uhr. Marzell, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Und während die Wette läuft, Chat, nutze ich nochmal die Möglichkeit. Ich wollte gerade im Browser gehen. Ich öffne die Browser. Und dann sehe ich das hier. Danke nochmal an EMP für die Coop. Und ich hoffe, ich habe EMP gefragt, ob die den Code noch ein paar Tage online lassen können. Auch nach Ende der Coop. Damit ihr die Möglichkeit bekommt, falls ihr, ja, in den kommenden Tagen noch was haben wollt, dass das auf jeden Fall noch möglich ist. Genau. Aber ich kann euch nicht garantieren, ich verspreche, dass der Code noch drin bleibt. Deswegen weiß ich es gerade nicht. So viel dazu. Yo, Kluper Twins. Habt ihr abgesprochen. Danke für den Raid und Chris. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Schön, dass ihr am Start seid. Herzlich Willkommen. Wir spielen hier RimWorld. Das passiert hier ab und zu mal. Ziemlich häufig. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream. Endlich mal RimWorld. Wir haben unser Run lebt. Es ist sehr viel Schlimmes passiert. Wie ihr seht, wir wurden von ganz vielen Monstern angegriffen, aber wir sind noch am Leben. Daher gucken wir mal, wie es ausgeht heute. Setzt auf jeden Fall eure Kanalpunkte. Jo, die Leute glauben langsam. 7,2 Millionen Kanalpunkte auf. Alle Kronisten überleben. Weil die Leute glauben an Man. Ich glaube, der kriegt sogar einen Legendary Helmjet. Ich glaube, ich gebe dem... Der hat 18 Nahkampf. Planet Known Master. Holy Shit. Und der hat schon 19 Nahkampf. Planet Leading Master, Junge. Ich habe so krasse Kämpfe. Das macht so Spaß. Kurt geht noch. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Also wie gesagt, checkt gerne EMP aus, falls ihr euch was holen wollt. Da unter mir ist der Partner. Gerne im Chat. Ich denke mal, der Kurt... Ich hoffe, dass er noch ein paar Tage geht. Weil die Koop endet, soweit ich weiß, heute. Aber ich kann mir gut vorstellen. Ich hoffe zumindest, dass der Kurt noch ein paar Tage aktiv bleibt. Falls ihr heute nicht fündig werdet, aber euch in den kommenden Tagen noch was holen wollt. Kann man eigentlich die Waffen für die Kolonistin binden, damit sie wieder automatisch aufgenommen werden, nachdem die Pawns down waren? Gibt eine Mod für. Kann man im laufenden Run Käfer ausschalten? Frage für einen Freund. Oh, mit einer Mod vielleicht. Sonst glaube ich nicht. Weil das im Szenario Editor passiert. Alles für die Quote. Quote? Es kann immer passieren, dass jemand stirbt. Es kann passieren, dass ein Kolonist ausflippt und dem anderen den Kopf abschlägt. Es kann alles passieren. Also, ein Kolonist kann immer mal sterben. So, ihr habt eure Kanalpunkte gesetzt, Chat. Wir haben jetzt noch ein bisschen was vor uns. Oh, ich habe Bock. Ich habe jetzt Bock auf den Run. Endlich fühle ich mich mal stark, ey. Das macht richtig Laune. So, let's go. Let's go. Oh, wie lange noch bis Raspiside hier seinen... Die muss ich auf jeden Fall auf Stufe 6 bekommen. Sollte gehen. Man kann den Storyteller im laufenden Game ändern. Kann man im laufenden Game noch Insekten ausschalten? Weiß das jemand von euch, Chat? Und dahingehend auch bearbeiten. Oh, da geht das vielleicht sogar. Was Ksanjin sagt, Isa. Vielleicht geht das sogar. Okay. So, das wird gebaut. Und da werden wir gleich probieren, ähm, den Switch hier zu machen. Man hat seine Rüstung verloren. Oh, scheiße. Warum hat er sie ausgezogen? Oder war sie wirklich kaputt? Oh mein Gott, ey. Meine Rüstung geht halt gar nicht. Ey, Chat, ich muss Rüstung machen, aber ich habe keinen Plastall. Das ist super problematisch. Ist kaputt gegangen, ja? Krass. Aber der hat auch viele Hits eingesteckt. Ich brauche dringend für eine neue Rüstung. Nichts, dass er mir dann Körperteile verliert. Yo, Gordon, great. Danke dir für die 12. Vielen, vielen lieben Dank für das Jahr. Hallo Himbeers. Hallo Leute. Ähm. Habe ich eigentlich viele Körperteile verloren? Hier fehlt noch ein Ohr. Hier fehlt noch ein Finger. Hier fehlt ein Zeh. Guck mal, der ist hier voll die guten Brush-Sachen hier. Äh. Äh, hier fehlt eine Hand. Yo, das ist mein Crafter. Ohne Hand ist nicht gut. Okay, warte mal. Make Bionic Arm. Ich sollte mal irgendwie mal einen Arm machen. Äh. Kannst du nicht den Bionic Arm machen? Blastall fehlt mir dafür. Fuck. Fuck. No. Habe ich die Wette, habe ich die 22.30 Uhr Wette verpasst? Yes. Wir hatten gerade eine Wette laufen. 22.30 Uhr ist durch. Jetzt lief die neue. Die war nach 5 Minuten durch. Aber in den nächsten Tagen gibt es noch viele Wetten. Okay, sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wann Rabatt-Code für Mönchskutten? Erst wenn ich dafür Werbung aus Tibet machen kann. Ja, dass ich so wenig scanne, ist besser. Das ist sehr belastend. Wir scannen halt irgendwie gar nichts. Ja, so 14 Mining. Hm. Wollee, danke dir für den siebten. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Aber wir kriegen super viel Bioferit. Und wir kriegen gut schnell Research. Oh, Chat. Vielleicht schaffen wir es wirklich. Ich finde ohne Craftable so hart. Der Plaschtermangel ist real. So viele Deep Dills kann man gar nicht haben. Was findest du? Was ist Craftable? Ja, wir haben ja bald. Die drei Kinder werden ja bald erwachsen. Dann können die hoffentlich vielleicht scannen. Ich versuche dir mal Intelligenz zu geben. Kann man Kindern bionische arme Beine geben? Das weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich ja. So, jetzt die Research. Wir haben jetzt Google Resurrection gemacht. Mann, ich habe immer noch keine Möglichkeit, meine Leute wie... Äh... Ich habe immer noch keine Möglichkeit, meine Leute... Brainwipe. Ich habe immer noch keine Möglichkeit, meinen Leuten Wiederbelebung zu geben. Das macht mich fertig. Craftable ist eine Mod, mit der man einige Sachen zum Craften erforschen kann. Aber alles braucht Tech Points. Äh, Prints. Also, dass du selber Glass-Steil craften kannst. Das Men scannen, dann geht es voran. Ja... Okay. Dann soll er scannen. Das supere Monster wird nicht gefahren. Doch, doch, Manuel. Outlaw Camp. Sind die schon weg, die Faultiere? Eins ist noch da, aber das ist okay. Ähm, das ist belastend. Meine Mechs dürfen raus. Das ist hier draußen belastend. Ähm, sehr belastend. Man, du darfst noch einmal raus. Ich möchte, dass du das noch einmal da vorne weg machst. Mine of 1. Drill of 2. Den einen Mech vielleicht mal reparieren. Äh, ja, wenn Matt wach ist. Das kann nur Matt machen. Ich muss noch 17 Stunden schlafen. Ich will nämlich die Monster jetzt hier hinbringen, weil ich die Monster als Falle benutzen möchte. Ey, hallo, hallo. Die Putzroboter haben wieder was zu tun. Ey, die Killbox ist... Junge, Junge, Junge. Wat ne Scheiße. Wat ne Scheiße. Okay. De, 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 oh. De, 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 oh. Ja, die brauchen noch die Leutarn und so. Oh, ich hab Bock, die Räume hier umzubauen, Chat. Ich hoffe, dass wir das gleich hinkriegen. Können das vielleicht nochmal hier einschmelzen, die fünf Stück. Oh ja, wir können bald wieder ein paar Gene extrahieren. Ich weiß nicht genau, wie das mit Genen funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie ich Leuten Gene gebe. Ey! Was zur Hölle macht ihr hier? Oh, mein Lager ist schon wieder komplett voll. Oh, fuck. All good traders! Oh, finally! Ja, das hier alles stinkte scheiße. Okay, let's go. Oh, mein Gott. Okay. Okay, ich hab... Oh, die haben nur 2000. Ich hab so viel Scheiß. Okay, das Twisted Meat ist nur 1260 wert. Wow. Okay. Ähm. Er kriegt auf jeden Fall das gesamte blöde Essen. Und ich hab so viele Klamotten. Wenn ich denen die ganzen Klamotten verkaufe... Okay, ich hab viel zu viel Geld. Was kann ich kaufen, was sinnvoll ist? Soll ich kaufen? Das Plaststahl. 370. Wow. Das nehmen wir auf jeden Fall. 370 Plaststahl nehmen wir auf jeden Fall. Ja, es ist nice. Dadurch können wir all die Klamotten verkaufen. Alter! Ich hab... Ich krieg immer noch 4000. Nach Medizin haben wir noch... Die haben wir letztes Mal sogar verkauft schon. Bostos, danke dir für den vierten. Vielen, vielen, vielen Dank. Das Park klingt nicht, Bostos? Hallo, Berenice, mein Moin. Oh no, ist mir leid, Berenice. Katze, die hat eure Katzen gebraucht. Das war keine Katzen. Es gibt ein Kunstbuch, aber es bringt uns nichts. Ich könnte das Gold kaufen. Die Komponente kaufen. So. Ach ja, MC ist Bostos. Gar nicht Parking. True. Mittelblatt-Serum haben wir noch. Wobei... Ach, können wir da selber herstellen. Ich glaub, das passt so. Oh, scheiße. Okay, du bist zu weit weg. Okay. Okay. So. Okay. Okay. die nerven mich oh scheiße nein lang rot gekriegt diese scheiße verpestete luft hier vorne so da ist der legendäre helm den würde ich gerne schnell holen mein ganzes geld liegt draußen war ich würde ja eigentlich gerne hatten die irgendwas was ich brauche die haben barrels für meinen mörser brauchen wir mörser barrels könnte nice sein das ist dieser scheiße die tür muss zu so man leg mal deinen helm ab hol dir den legendären helm diese ganzen ekelmonster stinke kacke äh die kaufen keine pilze viel zu viel zeug hier ok also ses kann auch raus chat diese scheiße kacken kacke da vorne das genpack war nice ich weiß gar nicht konnte ich gesehen was die für eins hatten perfect immunity ah ist so teuer ah wenn du was hallo hallo hat stromale gewesen scheiße nicht die rohre ach holen wir uns an einmal so wichtig sind die glaube ich nicht ich schaffe das zeug nicht zu holen und so einfach zu viel zu tun das gefühl von der trage roboter hat sich geklappt leider isa schade was baust du da eine kammer für monster diese fallengänge ich mache eine pause mit den fallengängen wir haben andere sachen zu tun gott diese scheiß monster moment du bist wach ja kümmert hier nicht mal um die roboter ich kann bald mehr trageroboter machen aber ich bin die frage ist mehr trageroboter oder mehr äh not assigned to smith nee warum nicht mehr trageroboter oder mehr kampfroboter die langen wurde behandelt ja puh okay okay we can do it bau doch eine giftungstelung für deine konister das wurde nicht mehr mit der lungenfeuille ich glaube das kam ich noch gar nicht freigeschaltet okay perfekt da kann es auch wieder arbeiten sind alle bots jetzt geheilt ja okay alle sind wach braucht noch jemand gleich wieder todesschlaf nein sieht gut aus okay wie lange braucht restbeside noch für seinen baum oben wenn der fertig wird wird alles viel viel schneller gehen anderes wort für schlechter geruch gestank hab meine base zwischen zwei bergen und oben und unten sind sehen die base wird so langsam zu klein da musst du in den berg rein du machst die fertig den Sekt nicht laubern dich oh guck mal die sind ja schon so vergammelt sogar puh okay wieso trägt tiffi nur eine halbe rüstung ist kaputt gegangen ich hab keine mehr ich hab ein problem ist kein plastal wir gehen meine rüstung kaputt und ich kann keine neuen bauen das bedeutet wir haben gar keine rüstung mehr das bedeutet wir sind tot das war's gg game over außer ich schaffe noch irgendwie plastal zu scannen kumpel kannst du irgendwie mal was scannen ich raff nicht das ist einer der einzigen runs wo ich so bisher so wenig gescannt hab alter schwede das reparatur ding erforschen das wäre gar nicht so schlecht glaube ich ja doch ich hab ein bisschen plasch da gekauft das richtig das müssen wir welche holen das reicht für drei neue rüstung aber ja ich hab stromprobleme auch ich würde hier unten jetzt gerne anfangen auch sogar schon zu glätten und dann hier die kraftwerke hinzustellen warte mal es reicht eine lampe sogar hier eigentlich aber zwei sehen schon aus hast du schon einen bionic arm nee noch nicht oh ja den sollte ich aber machen wird gerade gemacht sogar nice uran gescannt oh ja nice very good danke gute arbeit wir haben hier tausendachter oralen in der base gescannt das ist aber nice die brauchen wir auch wozu glätten sondern nur kraftwerke ich will später alles geglättet haben deswegen mache ich das jetzt einfach weil wenn ich sie hinbaue kann ich es anschließend nicht mehr machen und ich will einmal alles geglättet haben später scheiß auf den koloniewert auf einem gewissen punkt ist eh egal und ich will einmal eine richtig schöne base bauen zumindest das probieren so power showers smart toilets und dann nochmal hot tub hast du eigentlich die atomics mod drin nee aber ich habe durch vanilla expended äh können wir trotzdem kraftwerke machen also atomkraftwerke oh gold gescannt lol nice alter 900 gold okay jo jetzt kommen die guten scans jetzt nur noch plashtal wir ziehen also nochmal um wenn du eine richtig schöne base bauen willst ey come on die base ist gar nicht so hässlich also noch ist sie ein bisschen hässlich aber die wird bald richtig schön ja rimmer comics haben wir schon einmal mitgespielt werde ich vielleicht irgendwann nochmal einbauen aber musste nicht jetzt unbedingt wieder sein er hat echt einen legendären helm jetzt das war geil er braucht noch eine gute rüstung äh ist der arm fertig geworden ja okay das bist du du brauchst dringenden arm left hand install bionic arm left shoulder bessere medizin leg dich ins bett who is the best doctor is dani okay dann mach das mal ja ich muss das kranken haben das alle und so was die haben keine weil wir weil das märz kinder sind und dementsprechend wir sie so also selbst gezeugt haben märz hat sie benannt für simetrie noch zwei schlachtzimmer hier will ich keine schlachtzimmer hin haben hier will ich krankenhaus was machen okay okay nice ich habe bonus gibt der neue armen du arbeitest 25 prozent schneller aber das war mir egal er hatte einfach keine hand mehr deswegen braucht er sowieso einen jetzt hat er noch einen bonus arbeite noch schneller aber generell war wichtig dass der wieder fit ist eingang zum krankenzimmer ja kann man auf jeden fall ich glaube ich brauche ein richtiges krankenhaus nochmal was ist eigentlich diese mod die eine überraschung für dich sein sollte das hat Haye gesagt das ist einfach gar nicht implementiert das stand da nur drin um mich zu ärgern find's cool wie soll ich die wende schon wird meistens einfach direkt durchlaufen lassen was meinst du mit direkt durchlaufen lassen welche wende welche wende so kommt kinder ihr müsst erwachsen werden wir brauchen kämpfer die gegner durch die leichenhalle ähm ja kann man auch machen also mir ist wichtig dass sie halt nicht vergammeln und die vergammeln nicht wenn sie in einem geschlossenen raum sind Bwisser jagt Matt ob das so eine gute Idee ist eine Vampire zu jagen ich bin mir ja nicht sicher seht ihr die Halle also draußen dass die verrotten ne die verrotten glaube ich jetzt nicht mehr dass wir das Skeletten kaufen auch ja aber Skeletten können vergammeln irgendwann mal ich meine wir können es auch so machen dass man dann hier einfach so eine Tür rein macht und die offen ist das geht halt auch aber wichtig ist dass das als Raum zählt damit die Skeletten auch Skeletten bleiben wozu brauchst du die Skelette denn äh ich kann sie wiederbeleben und dann kämpfen sie gegen Gegner mit so einem Ritual mit so Dead Life Dust habe ich glaube ich noch gar nicht hergestellt oder doch ich habe Dead Life Packs haben die die equipped ich habe zwei Dead Life Packs hier oben okay das heißt ich mache eine Falle in dem ich Skelette wiederbelebe und sie kämpfen dann gegen die Gegner equip dead life pack es gibt auch Dead Life AID Traps ja ja ich weiß muss ich auch noch später alles aufbauen packst du die Gegner in den Sterben auch wieder rein ne aber sowas von so können wir das jetzt hier sogar abreißen wieder dann können wir das hier sogar weg machen und dann können wir den Bereich hier erweitern und dann legen wir zwei Tote hin warum go to bei den Skeletten das müsst ihr wegtragen dann passt das so wie sieht es hier aus da sieht alles gut aus jetzt wird fleißig gearbeitet ich brauche Rüstung aber wir kriegen jetzt gleich die McLord Suit Runt mit 18 Construction komm lass die bitte gut werden lass die exzellent werden mindestens McLord Suit exzellent okay Matt Matt hat neue Rüstung Matt hat jetzt McLord Suit und damit habe ich jetzt mehr Bandbreite und zwar 19 holy fuck das ist viel alter Schwede okay 19 Roboter was mache ich jetzt für Roboter soll ich nochmal 1,2 Lifter machen einfach schonmal dann 1,2 Lifter mehr schade definitiv nicht oder die Trageroboter helfen schon echt gut 1,2 Lifter helfen halt schnell auch den Scheiß hier wegzutragen und die Monster hier vorzubereiten und Steine wegzutragen und so ist Grunt für den Helm eingestellt oh äh ich kann mir sowieso nicht leisten also ist er nicht guter Punkt aber ich kann mir die nicht leisten ich muss erstmal wieder ein paar Bosse rufen und die werden immer schwerer was wäre dann der nächste Boss der jetzt kommt 10 Militors 1 Apple Critten 6 Cypher 1 Diabolos Legionäre für Schilde ja Legionäre wäre nice aber es kostet halt wir müssen halt Bosse töten wir müssen sehr sehr viele Mac-Bosse töten damit wir ähm die Chips haben um sie zu bauen weil so ein Legionär kostet mich Legionär kostet mich so ein Centurio kostet mich äh einen von so einem Chip den ich gar nicht habe und Ripscanner ja wir können gleich mal warte mal oh wow mein Blut ja ich habe halt kein Blut mehr statt ok lass uns gleich mal ein Ritual machen wieso hast du Foodboys hingekriegt den zweiten Link besorgen dann kannst du noch mehr bauen ja auch true aber so viele kann man es glaube ich gar nicht leisten erstmal ähm ich kann auch vielleicht mal wieder wenn die Lifter gleich fertig sind äh werde ich mal ein bisschen was entsorgen aber ich muss Blastall scannen Schett ey ich bin gespannt auf die Monsterfalle ich meine soll ich die ganzen Monster holen ey scheiß drauf ich hole sie jetzt alle dahin wir probieren gleich eine Monsterfalle haben unsere Lifter ein bisschen was zu tun holen wir die hier auch nochmal alle so ihr könnt die meinen Roboter auch drillen nee leider nicht das steht noch draußen oh es liegt noch einiges draußen hast du dir noch ein frohes Essen oh fuck Upsi danke ich bin sehr gespannt wie die Falle funktioniert aber es hört sich sehr stark an muss sie eingestehen ah wir werden das auschecken you're gonna learn that das geht gar nicht mit dem Licht hast du schon die ganzen Sachen reingeholt die du gekauft hattest äh nee ne ne mach ich jetzt langsam Medical Treatment oh scheiße wieso bist du nur noch irgendwas passiert hier gerade oh das war nicht so smart dich zu schicken du hast Food Poisoning ja mein Fehler ich hab voll vergessen ich hab sie die ganze Zeit Ruhe essen Sachen essen lassen Ruhe Pilze die würden sowas von ausflippen so das Zeug sollte hier nicht vergammeln mehr oder ne nice äh die kommt kommt zu hause an äh es tut mir echt ein bisschen leid ähm ich könnte mal wieder ein bisschen Toxic Waste Packs mal loswerden okay gleich haben wir nächste Stufe ähm und Ritual würde ich gerne machen Chat was haltet ihr davon wenn wir ein Skip Abduction machen wie viel Bioferit besitze ich 201 schon wow ja ich mach jetzt ein ich mach jetzt ein Langschwert mit Bioferit in der Hoffnung dass es richtig gut wird ich probier's mal aus mit Level 18 Crafting und wir machen jetzt ein Ritual let's go wir machen jetzt Skip Abduction und zwar mit äh mehr gehen nicht okay mit euch 43% Quality okay let's go schauen wir mal was wir da kriegen wenn es ein super guter Kunde ist das beiden werden wir vielleicht sogar Mad Second Life kann ich leider noch nicht machen weil wir noch nicht die Leiche gekriegt haben als Quest deswegen haben wir es noch nicht erforscht wir können es leider noch nicht okay was kriegen wir gib mir an die Hand der Tala oh scheiße nein der braucht Psyche Dependency er hat eine Power Claw stimmt ich kann ihn ripscannen einfach und ihr habt recht ihr solltet Shard Beacons bauen ich hab vier Shards zumindest zwei Operation remove Power Claw remove Power Claw oh okay Tamara ist sieben careful shooter great memory great memory ist doch nice und auf Shooting und Intellect wir wollen jemand für Intellect haben wir scannen great memory Intellect Shooting und vielleicht auch Construction von mir aus das Rest ist irrelevant careful shooter Rest ist egal great memory ist nice ich weiß gar nicht ich glaube gute Gena hat er nicht aber ich schmeiß den gleich noch einmal kurz in den Genextractor rein und dann den Ripscanner Lunge und Niere vielleicht auch rausholen weiß ich gar nicht brauchen wir die was kostet das Ding 385 ist nicht so teuer da haben wir nochmal eine Lunge und eine Niere linke Niere linke Lunge Kinder sind super super strong in Rimworld wir brauchen trotzdem gleich weitere Leute bei mir geht das Blut aus ich meine ich kann meine eigene Leute austrinken das ist auch okay durch die Blatt vieler Religion deswegen aber ich möchte eigentlich ungern ich brauche noch ein paar mehr perfekt gut gemacht jetzt würde ich den gerne hier reinschmeißen äh rest beside warum will der da nicht rein jetzt schmeißen wir da mal rein Yoshi Bear so nehmen wir ein paar Gene von ihm mit und dann schmeißen wir die in den Ripscanner rein und dann war es das weiß gar nicht hat er gute Gene vielleicht sowas wie Super Immunity Total Antitoxic Lungs oder so Jerry danke dir für die Fitzen ja wir haben zu wenig Blut wir haben zu wenig Blut leider awful animal ist auch gut wegen der metabolischen Effizienz oh true true ich brauche noch schlechte Gene ihr habt recht ich glaube es ist langsam Zeit für mehr als nur ein Plumpsklo ja danke dir für die 31 vielen vielen Dank mit der Abhängigkeit macht das der Pound kann immer los und kann ja nur mal Abhängigkeit haben kann true aber muss doch trotzdem die ganze Zeit woher kommt man schon dieses Mal von diesen ganzen Kraftwerken hier die da scheiße stehen und von den Zellen machen wir das beides wo mache ich denn meine Blutbank hin ich weiß nicht wo die Blutbank hinbauen soll poor artistic das ist auch ein gutes Gehen oder ja poor artistic ist ein richtig gutes Gehen was wir gekriegt haben weil wir haben so kein Art so RIP Scanner start scan ich muss ja Sachen reinladen ok ich habe keine Komponenten wow das ist hart Blutbank direkt neben das Gefängnis ich habe ja noch kein Gefängnis also das Ding muss ja weg hier das soll ja nicht bleiben hm wie sagt das swimming pool aus chat ich habe ja schon erforscht wo ist denn der hat das unter recreation glaube ich da guck mal das passt der perfekten swimming pool hier hin nur noch Platz für Toiletten und sowas hier aber hier in der Ecke passt der perfekten schöner swimming pool hin was kostet er aus Gold nur 4500 Gold ok wir werden kein Swimmingpool aus 4500 Gold machen Chad ist mir leid er kriegt ein Ja das Swimmingpool ok aber vielleicht sollte ich erst mal mich anstrengen wo ich den Run verlieren haben wir über 206k ok oh ja hier unten wird es warm ich sollte deine Klima einbauen dafür brauchen wir Abluft ok die Rüstung für Tiffy ja die hat nur 16% aber das heißt nichts klar steigst du in den Pool dann lieber aus Gold kannst du die Wärme nicht in die Zimmer leiten wir kriegen richtige Heizung hin oh Langschwert ist es gut geworden ich finde es ja natürlich wieder nicht ja exzellent ok wir checken jetzt mal Chad was ist besser ein exzellenter Uran Knüppel 12,93 Damage 43 Armor Pen 12,93 43 und das Schwert hat 13,55 und 52 ist auf jeden Fall besser Equip Bioferred Longsword ok nice sieht ein bisschen aus wie ein Holzschwert ok jetzt machen wir es nur noch in Legendary und das Monosword das Monosword ist noch besser das Monosword hat 13,59 und 83 und 80 Armor Pen einfach doppelt so viel Armor Penetration das Monosword ist ein Sane gegen Max ist es besser bei ca. selber Armor Pen äh ja aber ist okay wir haben verschiedene Waffen das wird unsere Falle hier hoffe ich bin mir gar nicht sicher ob das wie groß ist der Bereich von dem Dead Life Das Zeug alter richtig groß holy shit wieso keine Thrumbehörner haben mehr Damage in Armor Pen Thrumbehörner haben nicht mehr Damage in Armor Pen nein nein wir müssen eigentlich noch den anderen Meckling holen oh wait warte mal ich wollte doch noch Lifter machen zwei Stück Lifter sind gut immer noch nicht die Sachen von draußen reingeholt ich hab viel zu tun ich mag den Run super gerne ich hoffe wir kriegen das hin oh Stahl ist fast leer hier kommt Leute wir müssen noch ein bisschen mehr scannen und hier ist auch der Stahlberg leer 14 laut meinem RimWorld 15,7,9 mit 61 Armor Pen ist hat ein Thrumberg naja hat aber trotzdem weniger als der Monosword ja die Reliquien müsste ich eigentlich mal holen ich hab die Religionssachen viel noch gar nicht gespielt Entity Escape oh man no warum denn ständig und dann vor allem auch der Revenant das nervt mich ja jetzt schon massivst oh hat jemand von euch die Flares zufällig? natürlich nicht die Türen sind auch weil da kurz der Roboter durch ist er läuft weg er darf nicht abhauen wer geht hier raus? scheiße der Regen verwischt deine Spuren oder? fuck ich seh nicht mehr oh nein oh ich brauch sein Revenant Spine scheiße oh nein das war's dir ja ich hab mich schon gefühlt dass du was getroffen hast aber das war doch scheiß weichsperr auch schwer okay wir müssen warten bis er wieder kommt liebe den Song Moradog danke dir für dein Prime herzlich willkommen vielen vielen lieben Dank und hoffen wir es irgendwann mal wieder kommt aber ja ich könnte hier besseren Boden bauen das ist ein guter Punkt äh welche ist denn das von denen? da es kostet mich so viel es kostet mich so viel okay es kommt wieder er kommt wieder er kommt wieder seid bereit wer ist grad reinkommen? ich hab's gesehen seid bereit da ist er schweiße schweiße hy Okay. Revenant fair. Das brauche ich nicht mehr. Okay. Warum kommt das Ding wieder? Ja, um mich so zu töten. Oh Gott, der hat mir alles voll geschissen hier. Oh Gott, der Roboter wird 100 Jahre sauber machen müssen. Oh ne. Klingt sogar. Nein, der hat gar keine von diesen Maschinen hier. Ich könnte, glaube ich, die Unsichtbarkeit schon benutzen, oder? Ich habe sie erforscht. Revenant Invisibility. Ich könnte ihn halt töten. Auf der anderen Seite kriege ich da kein Bioferit. Aber ich könnte da eine Unsichtbarkeit geben. Dann wäre ich um einige sicherer, wenn ich mal fliehen muss oder so. Hm. Ich nutze immer deine gesamte Bandbreite. Hm, ich bin dabei. Ich baue gerade Roboter. Vielleicht sowas wie eine Schleuse reinbauen. Also sowas hier. Das kostet mich so viel. Das kostet mich so viel wie eine Rüstung. Ich lasse das erstmal. Hast du ein Musikmod oder sind das die Standardsongs? Das sind alles die Standardsongs. Und das ist super, super nice. Einfach Rimet auf der besten Musik der Welt. Ähm. Ich werde nochmal Strom verlegen. Für was brauchst du noch so viel Bioferit? Äh, allein der Boden für das Gefängnis. Für Wände. Für mehr Waffen. Für die ganzen Rituale. Kannst nicht erst mal eine Seite zubauen. Ja, wahrscheinlich wäre es sogar smart. Aber eigentlich habe ich genug Containment Strength. Containment Descent. Oder jetzt der Raum ist Descent. Hm. Was ist das Besondere an Bioferit? Ist das stärkste, äh, das stärkste Rohstoff, den es gibt. Okay, warte mal. Ohne passt noch alles? Okay, sehr gut. Mhm. Wer ist hier sauer geworden? Noch so ein Alpaka. Okay, wie sieht es bei den Kindern aus? Und wie sieht es vor allem mit den Räumen aus? Masterwork, Devilsprand, Parker. Okay. Können wir machen. Brainwipe haben wir jetzt auch erforscht. Das Gute ist, mit den Monster können wir auch Sachen schneller forschen. Jetzt machen wir die ganzen, äh, die ganzen Serums-Geschichten. Ich würde gerne den, äh, Leuten auch ihre Skills klauen. Wieso kommen bei mir immer nur ein oder zwei verschiedene Songs? Einige Songs kamen, glaube ich, erst mit DLCs dazu, oder? Ich bin mir nicht sicher. Äh. Ich hasse, dass mir das noch mal passiert. Wenn so ein Alpaka wüten wird, dann anfängt meine Roboter anzugreifen. Plastal ist besser? Soweit ich weiß nicht, nein. Soweit ich weiß, hat eine... Bio-Ferid-Wand mehr habe hier als eine Plastal-Wand. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh nein. Oh, Animatree. Linking. Let's go. Stufe 5. Putz-Roboter getötet. Scheiße. Ich dachte, Bio-Ferid-Wand ist ein super stark. Die baut nur noch extra, um die Monster zu containen. Scheiße, warte mal. Den wollte ich doch... Yoshi wollte man doch reinschmeißen hier. Warte mal nicht, Yoshi. Wen wollte man doch reinschmeißen? Doch, Yoshi. 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 Okay. So. Ich brauche super viel Bio-Ferid. Ich habe viel zu wenig. Ich kann mir gerade nichts leisten. Warum hast du schlechte La... Oh. Oh. Metal-Horrors are emerging. Lol. Aus ihm oder was? Yoshi-B hatte die ganze Zeit Metal-Horror in sich drin. Und jetzt habe ich den in den Ripscanner geschmissen. Jetzt kommen sie da raus. Das ist ja lustig. Wo ist Man? Ah, jetzt holt weg. Da ist er. Aber nur so ein kleines Metal-Horror-Ding, oder? Oh. Oh nein, jetzt habe ich den aber gar nicht geripscannt. Doch, habe ich. Ah, das ist ja lustig. Wow. Der hat in das Metal-Horror und ich habe ihn da reingeschmissen und dann ist der Parasit aus ihm rausgekommen, als er gestorben ist da drin. Was zur Hölle, Alter? Holy shit, ist das krass. Okay. So, Kumpel, was hast du gekriegt für ein Scale? World of Inspiration. Das ist gar nicht so bad. Random Inspirations ist nice für, und das mache ich mal, vielleicht für Legendary Rüstung und Waffen, wenn ich das immer auf dem Grund kaste. Probier's mal. Gib ihm, gib ihm den Inspiration Creativity. War das nicht schon mal der Let's Skip Abduction so? Nicht, du hast da immer Metal-Horror drin, dass ich glaube, fast nicht, aber keine Ahnung. So. Ich müsste eigentlich jetzt mal das hier anfangen zu bauen. Fast Runner. Das Gen hatte ich aber schon, oder? Ja, jetzt habe ich zweimal das Gen Fast Runner bekommen. Naja, das soll's. Ihr könnt gerne weiter scannen, bitte. So, nur noch einmal muss ich mit ihm hier meditieren. Und dann habe ich die höchste Stufe und dann müssen wir am Anima-Baum gar nicht mehr meditieren. Weil dann können wir uns komplett auf das Scannen konzentrieren. Und hoffen, dass wir Plaster bekommen. Hatte den Run mit sechs Leuten durch Sicht-Deep-Angriffe. Wurden vier ohne Warnung infiziert. Und beim Schlüpfen sind die letzten zwei gegen vier Mittelschränken gestorben. Rip my Run. Ey, das ist krass. Da hatte ich ein bisschen mehr Glück bisher. Underground, das haben wir Stahl gescannt. Uh, guck dir das mal an. Alter, was ich gerade für ein Glück. 7500 Stahl in der Base gescannt. Brauchen wir. Uran in der Base gescannt. Gräuter in der Base gescannt. Wow. Okay, jetzt machen wir nur noch Plaster noch mal in der Base. Junge, gute Arbeit. Warst du schon mal wieder in diese Mini-Würfel gehen? Bisher noch nicht. Aber ich hätte Lust darauf. Die können wir gerne mal so einem Obeliske noch mal schicken. Was ist... Warte mal, was erforsche ich denn gerade? Die besseren Toiletten und sowas, oder? Ja. Okay. Okay. Okay, der kann man gut verkaufen, ja. Ja, man ist ja insane, ey. Der ist so geil. Pablo. Oh. Hilft heute wieder arbeiten. Visitors. Mir geht beim Blut aus. Das ist ein bisschen das Problem, Chat. Deswegen müssen wir zusehen, dass wir häufiger die Rituale machen. Und mal häufiger unser Blut erholen. In sechs Tagen können wir wieder jemanden holen. Und ich würde echt gerne Matt ein zweites Leben geben. Danny war verletzt aber nicht mehr. Ich würde sehr gerne Matt ein zweites Leben geben. Aber dafür fehlt uns die Forschung. Dafür brauchen wir jemanden erstmal also so eine Leichenquest. Holen Sie doch die Visitors. Wir sind Freunde. Gibt es doch nicht Bionic, wodurch man weniger Pain hat. Ja, gibt es glaube ich auch noch. Da rennt er glaube ich gar kein Pain mehr. Giftmüll verschicken. Das können wir mal machen, ja. Wir können mal wieder ein bisschen Giftmüll hier einladen. Das ist keine schlechte Idee. Machen wir es mal. Avoid Provocation. Ja, vielleicht sollten wir auch bald mal Avoid Provocation machen. Wir sollten gleich nochmal Roboter holen. So, Blachstall ist leider leer. Man. Scannen wir mal. Blachstall. Ihr beiden hier. Das ist gut. Jetzt scannen zwei Leute. Das ist doch schon mal nice. Dann sollte häufiger was kommen. Okay. Ich komme gerade heim und habe gehofft noch ein paar Live-Minuten mitzubekommen. Best Dream on Earth. Erkannt sich das lieb von dir. Schön, dass du da bist. Okay, Chat. Das sieht doch gut aus, oder? Das sieht wirklich gut aus. Hä? Warum wird das nicht fertig beladen? Okay. Martinovic, hallo und moin. Kolonie lebt noch. Ja, ja. Und langsam kommen wir sogar an den Punkt, wo wir anfangen, umzuzielen. Blachstall liegt immer noch draußen. Ich bin hungrig. Ich baue die ganze Zeit Trageroboter. Aber irgendwie passiert nichts. Ja, wahrscheinlich könnte ich die Besucher wieder auf neutral machen. Sogar nachdem ich sie gefangen habe. True. Ich habe ja Geld. Ist ja alles eingeladen? Immer noch nicht. Wir bauen jetzt einfach noch mehr. Wir bauen noch mehr Trageroboter. Ich baue mal von drei Stück davon jetzt. Wie viele habe ich denn jetzt überhaupt von den Tragerobotern? Vier. Ich mache jetzt, dass wir sechs Trageroboter haben. Ich meine, die schaffen nicht mal das Zeug draußen zu holen. So, alle beladen. Alle drei nach dahin. Neu, neu, neu. So, dann machen wir die Räume hier noch fertig. Wer produziert die Toxic Waste? Die Roboter-Sachen. Die Ladestation, die Roboter-Fabrikation und sowas. Alles, was so Richtung Mechanoiden geht. Macht Waste. Ich habe 1800 Stahl. Was glaube ich, die Fein weiterbauen möchte? Ich weiß nicht, ob ich die benötigen. Ich meine, so werde ich die Steine los. Aber die Fein zu bauen dauert halt eine Milliarde Jahre. Die Steine fallen. Ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig ist. Brauche ich die überhaupt? Ich habe jetzt diese Falle hier und ich habe diese Falle hier. Ich weiß nicht, ob ich wirklich noch eine Feingang als solches brauche. Der Fabrikator könnte auch einfach die ganze Kacke zu kämpfen verarbeiten. Ja, ich verarbeite ja ein bisschen was, aber nicht alles. Ich will immer so 400 haben. Zone für Max stimmt. Ja, die dürfen überall hin, aber die kommen halt nicht dazu, das Zeug von oben zu holen, weil die viel zu tun haben. Was ist denn die neue dritte Falle? Dass ich die toten Monster wiederbelebe und sie gegen den Angreifer kämpfen. Das will ich als nächstes ausprobieren. Ich will nie ausprobieren. Was machen wir beim nächsten Raid? Ich hoffe, dass wir es heute noch testen. Bin gespannt, wie das wird. Sicher, sicher? Ja, damit hat man dann drei Feingänge sogar. Gibt es nächstes Exklusivfalle? Du kannst Minen machen, ja. Wo die Gegner drauflaufen, explodieren, aber es ist für die irgendwie nicht so stark. Ich würde die Steine gerne loswerden hier überall. Wenn ich dann hier in die Räume rein kann. So, ich glaube, Stahl reicht erstmal. So, da bauen sie. Einfach Gift nur weiter noch hinschicken, wo du sie hinschickst. Fox & Waste sind eh schon sauer. Ja, ja, die hassen mich sowieso. Ich werde auch den Gift mit erstmal ausballern. Ich glaube, den Gift bei Atomizer machen wir erstmal nicht. Sind die eigentlich stärker, wenn sie skelettiert sind? Lohnt sich die Leichen zu kühlen. Ich glaube, wir sind gleich stark. Ich habe überlegt, auch die Leichen zu kühlen, aber so ist es in Ordnung. So muss ich mich nicht um Kühlung kümmern. Insekten, 17 Hives. Ein sieben Jahre altes Kind. Ich hatte irgendwie Bock, gegen Insekten zu kämpfen, aber am Ende machen die am Ende spawnen die noch hier und machen was kaputt. Wie ist das letztens mit den Gegnern im Feingangausgang? Das haben wir heute aufgelöst. Das war ziemlich crazy, aber am Ende haben wir hier vorne gekämpft und Man hat alles getankt. Der ist so stark. Ich finde die Giftmüll-Atomizer einfach viel zu langsam. Für zehn Bots braucht man drei Atomizer. Ja, die sind langsam, das stimmt schon. Also Müll wegschicken geht eigentlich leichter. Also jetzt Real Talk. Hier mal eben schnell Müll einladen. Dreimal und dann ist es halt fertig. Dann ist der Müll schon wieder weg. Was sagt der Kolonie? Wird 215k? Autsch. Ah, guck mal, jetzt haben die Bots auch die Sachen halbwegs geholt. Ähm, was benötigen wir denn jetzt gerade? Oh. Oh, scheiße. Okay. Ah, jetzt hätte ich doch schon irgendwie Bock. auf den Mörser. Was habe ich vorhin gesagt? Mörser brauchen wir nicht? Hm. Hm. Scheiße, probier an Kenobi, halloa. Die Wand bei deinen Scannern ist noch ein Bereich dick, ja, ja, ich muss das Ding hier versetzt in einem Zubauen. Nexfeuermun, ja, das Problem ist, ich würde ja gerne gegen die Kämpfe, die kann man, die kommen aber nicht. Das ist das Problem. Wo liegt meine Sniper? Da. Da. Okay. Wach machen und dann Void Ritual? Hm, ist die Frage, was dann kommt. Kann kontraproduktiv sein. Wenn beim Void Ritual dann ein Obelisk kommt, dann habe ich ein Problem. Hat der eine Rüstung? Ja. Ne, Glokust. Also egal, nur mit Waffen, ja, wäre wahrscheinlich sogar smart. Das Suchen die ganze Zeit ist manchmal belastend. Jo, komm mal, die trefft doch wohl, oder? Oh, wow. Oh, wow. Wow. Junge. Ja, immer wenn ich snipen würde, ist das Wetter scheiße. Junge. 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 Wand. Hier ist das. Eine Klappsl challenge. Was packt, was explodiert. Einmal nicht wirklich. durch. haben immerhin werden wir auch ein bisschen shooting trefft bitte trefft ist wichtig ich mag das wetter nicht chat scheiß keine mörse ab ja wie gesagt auf jeden fall können wir jetzt zufällig combat supplier vorbeikommen und mir einfach mal ein paar mörser geben mörser shells per transportkapsel auf schiff und dann snipen die lassen mich gar nicht richtig ran dass ich das halten kann junge du hältst aber ganz schön lange ja 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 ähnlich chat ja 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 Das ist ein Wetter. Ah, geht erstmal nach Hause. Äh, ist belastend. Weiß nicht, wie ich hier am besten vorgehen soll. Ich will die halt gerne anlocken. Aber solange das Raumschiff nicht kaputt ist, kommen sie nicht. Nee, Rauchgranatenwerfer wird dann leider nicht helfen. Das hilft nur gegen, ähm... Das hilft immer nur gegen... Das hilft immer nur gegen, ähm... Turrets. Rufe doch die Gule, die Regeln, da ist welche Gule. Äh, äh, äh... Nicht so einfach. Die Situation. Aber ich kann nicht jetzt auf dem Gefecht gegen die sind zu viele. Das Gule-Ritual. Es gibt kein Gule-Ritual. Also Vault-Provocation gibt es, aber... Das ist ja kein... Also zumindest habe ich kein Gule-Ritual. Wieso habt ihr eine schlechte Laune? Hm... Draw-Flash-Bees, aber das ist immer mega wenig auch, oder? Waren Flash-Bees nicht immer nur so ein paar, die dann kamen? Da kam noch nur so 3, 4 oder sowas raus. Das war komplett irrelevant, oder? Und Vault-Provocation kann halt auch scheiße sein. Das Wetter wird immerhin besser. Komm, töte den. Das sind die nerfigen. Wenn die weg sind, können wir näher ran. Autsch. Nice. Nice. Oh. Oh Gott. Kurz hatte ich Angst gehabt. Oh Gott. Na los. Ich habe leider nicht mehr Sniper. Aber meine Stimmung ist doch echt keine gute. Es nervt ein bisschen. Wir werden durch das Raumschiff jetzt echt hart flippen. Ich weiß nicht, was dagegen großartig tun soll. Oh scheiße, das war nicht so smart. Oh shit. Ich weiß nicht. Hast du eine Idee? Was ich hier am besten mache? Ich werde mit der Zeit immer schlimmer. Oh shit. Ich weiß nicht. Mit man chargen. Ich weiß nicht, ob das die Idee ist. Aber die einzelnen Hits töten wird 100 Jahre dauern. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Was ich halt einfach benötige sind, was uns da krass carryen würde. Na gut, wenn ich die Lenzer einzeln wegbekomme, ist auch okay. Oh shit. Oh shit. Dann können wir auch fast rein. Ich habe auch überlegt, vielleicht wäre es sinnvoll, einfach die Leichen hinzulegen nächstes Mal, während sie noch schlafen. Und dann einfach gleich wieder beleben. Okay. 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 Ich glaube, mein Problem löst sich jetzt von alleine auf. Okay, hab nach Hause. Ich glaube, wir haben gleich Besuch. Die Max werden zwar wahrscheinlich gewinnen, aber dann sind die jetzt erstmal nicht mehr mein Problem. Okay. Die müssen nur dezimieren, ein paar Keen. So, Smart Toilets haben wir jetzt auch, meine Hot Hubs noch, die müssen nur dezimiert werden. Wenn es auch weniger sind, kann ich auch immer mit den anderen auch hin und rein springen und die in Nahkampf ziehen. Aber die Lancer müssen weg, die Lancer sind ja echt gefährlich. Ah, die Stimmung killt mich halt. Massivst. Wird hier noch gescannt? Bald hat Rest Beside Stufe 6 alleine dauert es echt lang am Baum. Die Wand, äh, besser die Wand nach dem Krankenhaus, auch schon okay so. Ich brauche das Krankenhaus nicht wirklich, das ist nicht so wichtig. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Ich glaube, die Max gewinnen. Das Geist müsste mit deiner Laune helfen. Stimmt, ich mache noch ein paar Totenköpfe. Ja, die Medizin ist jetzt draußen, ist okay. Ja, Mäd, ich weiß, das ist ganz schlechte Laune. Du hast Elite Expectations schon, wow. Wäre zwischen Krankenhaus und Kampffrauen nicht sinnvoll, einfach ein paar offenstehende Türen zu bauen. Warum, was meinst du? So, wie sieht es bei den Kindern hier aus? Oh ja, kannst du die Roboter mal rausholen. Okay, jetzt geht's los. Hallo Black Mesa. Oh, bitte seid viele. Oh, am besten kann ich auf eine dritte Welle kommen. Es sind leider nicht so viele. Aber einen Schad haben die gedockt. Oh, nice. Von der Seite, guck mal, noch welche. Oh, das ist gut. Oh ja, ja, die machen viel kaputt. Oh, die werden sitzen. Und und, guck mal, noch welche. Oh, nice. Oh, Natel, danke dir für die 22. Hm. Was haben die? 4 Max getötet? Okay, wir müssen leider wieder raus. Ja, ist besser als nichts, aber... EMP-Merser zu unterstützen. Ich habe gar keinen Merser, leider. Ich habe keine Merser-Granaten. Das würde ich Merser benutzen. Und ja, EMP-Merser könnte ganz stark sein sogar. Was sollen die Monster für dich kämpfen lässt damit? Was soll das? gut reinhit immerhin ein hit so der schon verletzt sollte auch schnell down gehen hoffe ich mal aber der hohe schnee nervt ja auch jetzt warte 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 das ist der schiff muss halt weg es kennt underground plasch stahl oh mein gott okay wir müssen wohl hinschät 2007er plasch stahl hier unten es geht sogar hier rein hier runter nach da hier eine tür und das geht sogar so und dann einfach ein extra raum aber das müssen wir holen dass zu viel plasch was kann ich nicht liegen lassen ok noch einer down oh die drohne wird immer stärker nice wie viele sind es noch viele lancer 6 hat ihm gerade die waffe weggeschossen nice kommt gut komm ich schaffts naja der schnee ist anstrengend ist egal jeder der jetzt stirbt es bringt uns nach vorne nice hat es gegen dich gewandt ja warum wenn du eh sniper hast und das schiff nur weg machen willst nicht von der seite direkt drauf die kommen immer wenn du zu nah ran kommst laufen die los du hast gar nicht die zeit richtig auf das schiff zu ballern scheiße matt flippt mir gleich aus ist die drohne schon angeschlagen ja aber ist doch recht weit nice nice äh wenn man unsichtbar angreift wird man dann aufgedeckt weiß ich noch gar nicht wahrscheinlich ja sonst wärs ja op ok davon gehe ich stark aus so was mache ich denn gegen ihre schilde komme ich da irgendwie durch gut noch einer hey was hast du wenn die das machen ok wie viele sind sie jetzt noch ich meine die beiden haben keine waffe mehr es sind nur noch die beiden diabolus und die schildtypen glaubt ihr ich kann den nahkampf rein glaubt ihr ich kann nicht einfach hin und rein springen lebe ich noch noch lebst naja ja vielleicht soll ich die flammenwerfer weg machen vielleicht soll ich die flammenwerfer nochmal weg machen weil die flammenwerfer ähm können dafür sorgen dass unsere leute abhauen die beiden flammenwerfern müssen noch weg der rest sollte aber nicht soll oder rein springen und dead life dust benutzen soll ich das probieren von der seite rein springen dead life dust und abhauen oh das glaube ich das probiere ich dann kämpfen die hier nochmal alle die side stealer ja das ist eine coole idee wisst ihr wie lange man braucht um das zu zünden kennen sie wieder nur zwei max wenn ihr diesmal nicht meteorit aus gold lol kill nice ich habe keine mörser leider das heißt aber du brauchst dann keine sniper du nimmst dann die andere waffe mit dir probier ich es scannt underground steel da oben wie lange brauche ich das denn zu casten hier ich denke die hier Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh Kann man es auch machen Ist ja immer gegenseitig auslöschen Okay Nice Ich meine, wird die Laune besser Bin nicht unzufrieden, Chat Bin nicht unzufrieden Oh, jetzt kommen wir zum Player Von dem können wir vielleicht ein Rohr Wo hast du deine exzellente Nein, nicht Equip Wood Equip Plaster Liegt noch ein Chart Stimmt Scharts wichtig Oh, jetzt habe ich gar keine MP-Granaten genommen Was sollten wir machen Ja, die machen schon krass Damage Das ist die Schwerter Äh Das ist die Schwerter beraber Ja,坐 jetzt Ja, ich fisch Ein bisschen Geräusche, die Max machen. Okay. Gut gemacht. Geh aber trotzdem mal ein Rohr kaufen. Das war gut, Chat. Das hat mir very good gefallen. Das hat mir very good gefallen. Das war erfolgreich. So, du tradest mir den. Ähm. Die hören sich an wie Hirsche. True. Wir sind wahrscheinlich sogar der Hirsch-Sound. Ey, die, die. Der Dings ist geil, das Deadlift-Zeug. Kann man das gleich wieder aufladen oder ist es weg? Ist dann weg. Das heißt, ich glaube eine Deadlift-Geschichte haben wir noch. Aber vielleicht sollten wir Vorrat technisch noch mal welche bauen. Was kostet die denn? Oh, was zur Hölle. Die sind ja super teuer. Kostet hier erst mal einen Shard. Hm. Ja, die sind ja hier super teuer. Die kannst du anscheinend nicht refillen. Okay, ich baue nur noch eine davon. Ich hätte nicht wussten, dass die so teuer sind. Was ist das der einzige Schad, den ich noch besitze? Oben liegt noch einer. Ja, mache ich jetzt eins. Aber das war es dann auch. Du kannst bestimmt den Rucksack an sich nur mit Beiferet. Ne, ich habe keinen mehr gesehen. Der ist einfach verschwunden hat, den benutzen, so als ich es gesehen habe, oder? Ich gucke es jetzt einfach verschwunden, weil das ist ja das Shabt of Flair. Ich habe es ja benutzt und jetzt ist es nicht mehr da. Einfach. Wie lange ist Edo eigentlich ein T-Bad? Gar nicht. Die Shells, ja, mit Shells ist es super schwer zu treffen. Oh, die Türen müssen zu hier vorne. Ne, warte mal, die Türen müssen auf. Die Türen müssen zu. Was machen die Tote wiederbeleben? Okay. Ich könnte so ein paar Gene verkaufen. Quick. Doppelte Gene brauche ich ja nicht. Kann ich ja verkaufen. Haben sie Mörser-Shells? Sie haben, Alter, sie haben ein exzellentes Mono-Schwert. 5000. Das hat 99% Armor-Penetration. 14,49. Gibt es einen Clip dazu? Ne, aber es war nicht so spannend. Wir haben ein paar Monster wiederbelebt. Das machen wir später auch mit dem Großen. Okay, die gute Chart-Triple brauche ich auf jeden Fall nicht. Ja, das kann ich mir leider nicht leisten, Chat. Das kann ich mir leider nicht leisten. Wir haben auch keine Rohre, oder? Nein. Na ja, ist zu teuer. Hier diest du Expansivo. Ja, wir müssen eigentlich AD farmen. Da hätte ich Bock drauf. Organe verkaufen. Also, wir kriegen wir trotzdem nicht. Aber, warte mal. Ich könnte aber schon mindestens mal wieder ein paar Gene extrahieren. Okay, du kannst noch nicht. Okay. Wie viel Gold ist denn die Meteoriten? Oh, gar nicht mal so wenig. Wir können wieder Skip-Up-Duck schon machen. Das machen wir auch gleich. Ist der Chart nach oben? Sollte. Da haben die wahrscheinlich gerade geholt. Da liegt wieder noch ein Deadlift-Pack. Da haben wir. Da müssen wir echt aufpassen. Das ist wichtig. Okay. Okay, okay. Ich mache nochmal kurz Pipi-Chat und dann machen wir hier den Endspurt. Bring das ja da. So. Ja, wir müssen Gene sammeln. Gene, 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 Gene. Doch Pool aus Gold. Oh, Gottes Willen. Das kann man sich niemals leisten. This is very expensive. Danke, Pilar. Okay, Chat. Ich würde jetzt nicht gerne mal anfangen, die Base schön zu machen. Aber dafür müssen wir die Steine hier wegbekommen. Und lasst uns mal gleich wieder das Ritual machen. Und jemanden für die Blutbank holen. Dann geht ihm das Blut aus. So, das Scannen läuft aber sehr gut. Jetzt gerade. Wir haben Gold. Aber ich glaube, Gold haben wir mehr als genug. Steinboden. Wir können den Boden glätten später. Monsterfaller haben wir. Was nice, ey. Ich fühle mich halbwegs safe. Ich habe das Gefühl, dieser Run. Er wird's. Da ist noch der Chart. Er wird's. Büsste ich den Stein nicht einfach raustragen. Aber ich würde einfach gerne verarbeiten. Irgendjemand muss noch tun. Great Mining. Also gehen. Ja, brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich brauche eher gehen mit dem Stärker machen. Klarstall anzapfen. Ja, ich habe gerade noch zweck. 600 Klarstall. Oh, Sas braucht der Thrust. Meine Stimmung ist leider nicht die beste. Das nervt. Wir haben 2300 davon. Das könnt ihr mal alle glätten hier. Tantrum. Ich möchte den Growth-Wert kaputt machen. Das ist okay. Ihr sauer. Weil sie da drin entstanden ist. Aber sie schafft das nicht. Dass es repariert wird. Lol. Wie lange heute? Bis um eins. Wir machen heute bis um eins. Video und am Wochenende push von dem Run halt richtig weit. Morgen bin ich nicht da freitags, aber Samstagabend. Sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Und Sonntag auf jeden Fall. Und dann werden wir sehr, sehr viel schaffen, Chad. Dann werden wir alles umziehen. Oh, Balko-Traders. Dann werden wir alles umziehen. Alles umstellen. Ich will lieber das Raumschiff vorbeikommen. Lass dir das kaputt machen. Das ist okay. Wir brauchen es eh nicht mehr. Nächste Woche dann Finale. Nächste Woche bin ich eine Woche nicht da. Ha. Aber danach, wenn ich wieder da bin. Machen wir auf jeden Fall Finale-Chat. Es geht langsam echt um Finale. Wobei, nein, nein, ist immer noch weit entfernt. Eigentlich haben wir noch sehr viel zu tun. Pilze verkaufen. Ja, wäre nicht verkehrt. Diese Typen sind nur so weit weg da oben. Dass ich das schaffe, gar nicht anzukommen. Alles umziehen nach Timoth oder Base 5? Ey, ey, ey. Ich habe echt ein bisschen Angst. Es sollen wohl noch ein paar schlimme Sachen kommen. Von den Sachen, die wir noch nicht kennen. Sollen ein paar ganz schlimme dabei sein. Eine Woche kann Rimmel. Ja, Mann. Oh, scheiße. Korps Obsession. Ja, okay. Vergiss es. Warum? Ach so, die Drohne. Ne, eine Woche bin ich nicht da. Von Dienstag. Montag bin ich noch da. Aber von Dienstag bis Sonntag. Okay. Wir können mal gucken, ob Sincerum noch heiler ist. Aber wo willst du ihn hinbringen? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wo schleppst du ihn denn hin? Junge, what the fuck? Warum ist alles hier oben? Warum spielt die Musik da oben? Das Flash hat wohl nur gesehen. Genau, nur gesehen. Nächste Woche Pulsflame. Auf Madeira sind es gerade irgendwie 14 Grad oder so. Und kälter als in Deutschland. Bin nächste Woche auch nicht da. Das heißt, ich verpasse nichts. Let's go. Bigs World. Ja, ich bin für fünf Tage, bin ich weg. Aber dann, wenn ich wiederkomme. Geht's ja vor rein. Boah, ich freu mich auch richtig auf Project Zomboid. Ich hab so Bock auf ein neues, großes Project Zomboid Projekt. Kann man es jetzt noch mal wiederbeleben? Ja, das haben wir vor. Wir hoffen, dass wir Reanimations-Naniten finden. Wir werden ganz viele Ancient Danger öffnen und legendäre Waffen suchen. Dann willst du einen größeren Tisch bauen? Oh, ja, wenn wir hier umziehen. Nee, der ist noch frisch. Das ist schon alles noch frisch. Weil so macht eigentlich niemand Steiner. War das auch nicht so schön? Need Meditation Spot, Matt. Ja, den Fernseher wollten wir auch bauen. Guter Punkt. Ich hab' ja vergessen. Wenn wir ins neue Wohnzimmer umziehen, dann machen wir das. Ja, wisst ihr was? Vielleicht reicht die Steine echt einfach raus. Scheiß drauf. Die sollen ja von hier draußen tragen die Roboter. Dann sollen sie die Steine einfach raustragen. Dann machen wir den Umzug. Dann können wir nämlich hier das Wohnzimmer. gleich bauen. Vielleicht brauche ich jetzt einfach schon jetzt einfach einen großen Tisch. Furniture. Aus Marmor. Das ist immer die Frage. Mach ich was mit dem Essen? Ja, die müssen kleine Stücke laufen. Dann würde ich den Tisch lieber gerne da hinstellen. Dafür muss ich aber das Gefängnis verlegen. Wohin packe ich denn die Typen? Wohin packe ich die Typen? Wo kommt mein Blut hin? Ja, in die Ecken will ich die Kraftwerke bauen. Da und da sollen die Kraftwerke hin. Und hier kommt das WC hin. Und Pool. Und dann kommt hier der Passenspender hin. Und dann kommt hier der schöne Altar Raum hin. Der WC Raum wird noch frei. Der WC Raum ist gar kein Raum. Hier wird einfach einmal im Flur sein. Ja, das ist jetzt gerade fertig geworden. Vielleicht lege ich den einfach hier in den Raum frei und packe sie da einfach rein hier an der Seite. Davon ab können die Kapseln eigentlich irgendwo anders hin. Ja, vielleicht stelle ich die Kapseln wo hin und mache dann da hinten den Raum hin. Okay, warte mal, die habe ich schon. Die habe ich, die habe ich noch nicht. Die habe ich. Die habe ich. Vier und zwei. Okay. Okay. Ja, ich stelle die einfach da hin. Wobei, nee. Nein, nein, nein. Äh. Ja, das Krankenzimmer hier will ich glaube ich eine größere Killbox bauen noch. Ich meine, ich könnte hier natürlich noch was hinbauen. Soll ich einfach hier einen Raum reinmachen noch, wo die hinkommen? Ja, warum nicht? Da ist ja eh gerade nichts. Ich könnte doch hier einfach noch so einen Raum reinmachen. Irgendwie so. Wir kommen hier überall noch ein paar Betten hin. Dann können wir hier super viele hinlegen. Das mache ich jetzt einfach. Und fertig. Auf der Seite sehe ich noch nichts. Dann kann ich die hier nämlich weg verlegen. Die Wände abreißen. Dann können wir einfach den Raum hier schön zu machen. Und das bedeutet auch glätten. Was wiederum bedeutet auch Koloniewert. Au, 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 au. Okay. Und dann machen wir auch gleich direkt ein Ritual. Und holen wir uns wieder jemanden ran. Ähm, ich könnte mit Bett mal wieder ein paar Sachen bauen. Ein paar Roboter. Wollen wir noch einen weiteren Putzroboter? Na ja, der 20-Mining. Der ist eine Maschine. Und bald ist er fertig mit meditieren. Dann können wir uns komplett wieder auf Scan konzentrieren. Wobei wir das Wichtigste schon wieder gescannt haben. Wir können jetzt an den Plastal kommen. Wir haben Gold. Wir haben Uran. Wir haben Stahl. Wir haben Plastal. Also wir können an alles kommen, was wir brauchen. Habe ich genug Jade für einen Tisch? Ich glaube nicht. So, was wollte ich denn mit Matt noch machen? Na ja, machen wir noch einen Lifter. Matt hat Durchfall gekriegt. Autschi. Kann jetzt der... Oh, warte mal. Wer braucht Death Rest? Braucht doch keinen, oder? Ja, oh Erik. Danke dir für deinen Raid. Hallo, hallo. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, es hat einen schönen Stream gehabt. Doch. Man braucht Death Rest. Ich habe es gar nicht gesehen. Hallo, Erik. Was habt ihr heute gemacht? Hat ihr Rimwood gemacht oder habt ihr Seven Days gemacht? Oder war was ein ganz anderes Wildes? Ja, geglättet sehen, dass der Boden viel besser aussehen. Gibt gut, Rimwood immer noch am DLC lernen. Ja, ich auch, ey. Aber langsam haben wir echt geschafft, meinen Run in Rimwood zu etablieren. Da auch wirklich einen Run ist. Ich habe das Gefühl, es hat man diesmal eine Chance. Ich habe das Gefühl, es geht nicht raus. So was, ich glättere sogar den Raum. Ich bin jetzt richtig verrückt. Jetzt werde ich langsam richtig verrückt. Verrückt werde ich. Randy hat uns heute echt viel geschickt. Er hat heute viele Kämpfe. Aber jetzt ist langsam ruhig. Was nochmal ganz angenehm ist. Puh. 15.000 Pilze. Autsch. Der Scheiß muss langsam weg. Sagt ja auch, er hat noch keine Kultisten. Oh, vor den Kultisten habe ich auch Angst. Erik schlaft gut. Gute Nacht. Lass mal die Tage telefonieren. Warum kein Airbrick mehr, sondern nur Flanellhemd. Das ist unbelangt. Ich liebe dieses... Äh, was für eine Ruine? Ein Jahr lang nur am Glätten hin, die sind schnell. Ich habe ein paar gute Constructor. Was für eine Ruine? Der Typ hat 19. Wetter 13. Wobei ich echt ein paar mehr Constructor gebrochen könnte sogar. Kaos, nacht, die Squid. Das Ding, ja, die ist cool, oder? Die Squid-Ruine? B1, ja. Äh, wenn du Gefangene... Wäre auch nicht schlimm, wenn die hier gefokust werden. Das ist okay, aber ich glaube, die fokussieren eher die Betten der Kolonisten. Wieso ist das schon? Okay, hopp. Guck mal, wie schnell der das macht. Das wird cool aussehen. Ich mag die Bilder von den Kindern. Guck mal, das ist auch ein Squid. Mir ist eine Qualle. Ich finde es mega, mega cool. Kommt doch alle 80 Jahre vor. Wow. Rude. Ja, Chat, wir sind auf jeden Fall im Mid-Game angekommen. Wir sind im Mid-Game. Late-Game wird sein, wenn wir den Monolith noch eine Stufe höher bekommen. Dann ist Late-Game. Aber wir sind im Mid-Game und wir leben. Das ist das Wichtigste. Ich fühle mich jetzt nicht unwohl, okay? Ich habe endlich... Bin ich weitergekommen. Endlich bin ich weitergekommen. Wir sind im Mid-Game angekommen, Chat, okay? Ich bin jetzt kein Early... Ich bin kein Early-Game-Streamer mehr, okay? Ich bin jetzt ein Late-Game-Streamer... Ein Mid-Game-Streamer geworden. Das war's. Okay. Okay. Jetzt brauche ich da noch vier Roboter. Oh, brauchen wir noch ein bisschen Licht. Ja, ja. Das ist eine gute Idee. Wann Monolith Level 3? Ja, noch können wir nicht. Aber bald. Ja, es wird auf jeden Fall... Es sind noch einige Sachen, die auf uns warten, die ich nicht kenne. Und die mir Angst machen. Einiges davon. Auch das Flash im Mars. Oh, es sind noch so viele Sachen. Und auch in dieses Loch hinabsteigen und dort kämpfen und sowas. Wird alles noch ziemlich nice. Ein paar Schützen, Großzeichen, da sind wir dabei. Oh, guck mal, das schaffen wir gleich. Sangrun wird gleich 10. Das ist ziemlich cool. Ich hoffe, dass ich Doppelflamme-Shooting bekomme. Oder Doppelflamme-Nakaf und Taf. Boah, das ist ja noch geiler. Und Tamara ist Shooting. Und ich hoffe, dass wir dann hier... Ist auch gleich soweit. Ist nice. Wenn wir die drei Kinder noch großziehen, dann sind wir elf Kolonisten. Hast du eigentlich inzwischen mal einen Flammenwerfer gebaut? Äh, interessanterweise immer noch nicht. Aber vielleicht sollte ich das jetzt mal machen. Ich brauche mal einen Flammenwerfer. Ich brauche mal einen Flammenwerfer ein. So, da wird er gerade hergestellt. 800 braucht der Junge, Junge, Junge. 17 Crafting. Der hat sogar ein Level verloren, ey. Zu wenig am Craften bin. Schön im... Ey, okay. Die Base wird richtig schön. Ich finde, die ist schon hübsch, Chad. Es ist nicht die hässlichste Base. Ich finde, es ist langsam. Es nimmt Ausmaße an, die cool sind, okay. Und dann gehen wir auch noch weg von Transhumanist irgendwann mal. Und dann werden... Äh, andersrum. Wir gehen weg von Tanwar und werden noch Transhumanist. Und dann fangen wir an, diese Sachen alle auch in Hydroponics anzupflanzen. Und dann wird das richtig Hightech. Hightech. Die Minigun wollten wir auch nochmal ausprobieren. Ja, machen wir vielleicht auch nochmal. Die Minigun können wir bauen. Da. 20 Komponenten. You fucking kidding me. Stimmt, ich kann immer Inspirations machen. Hm. Da. Inspired Shoot Frenzy. Ich brauche halt die richtige passende Inspiration. Sieht gut aus. Wenn wir gleich den Altar haben, wird die Stimmung auch noch ein bisschen besser. Was macht das Blutproblem? Ja. Es ist noch okay. Es ist noch okay. Mit diesen Dingern geht das sogar ziemlich gut. Mit dem hämogenen Amplifier. Weil ich dadurch viel weniger Blut benötige. Davon brauche ich noch ein paar mehr. Ja, ist echt ein bisschen kalt bei uns in der Base. Aber hier kommt noch überall Heizung hin und sowas. Und auch hier oben. So. Und dann müssen wir natürlich nachher hier unten auch alles verlegen. Aufgaben, Chat. Viele Aufgaben. Ich würde überlegen, ob ich noch einen Baurebot da baue. Aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Einen weiteren Baurebot da zu bauen. Ja, ich will den Menschen erst teleportieren, wenn das Gefängnis fertig ist. Weil er dann direkt ins neue Gefängnis kann. Kann man jetzt hier so eine kleine Heizung hin machen. Temperatur. Heizkörper. Nochmal Stahl gescannt. Da hinten. Komm. Mehr scannen, 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 scannen. Oh, scheiße. Ich habe einen Clean Sweeper gemacht. Ach so, der wurde wiederbelebt. Ach, deswegen ist er auch so dreckig. Wenn mein Roboter tot war. Mein Putzroboter. Jetzt ist er wieder zurück. Jetzt mache ich nämlich noch einen Trageroboter. Ich habe dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trageroboter. Ein Bau. Ein Fabrikator-Roboter. Ah, okay. Was machen wir hier für nicht bei den Gefangenen? Vielleicht auch nochmal so ein rotes Licht. Wie viel Stahl habe ich ihn? Äh, noch 2.500. Okay, Koloniewertschät. Walsch und 250k. 223. Holy. Aber es sind noch zu viele Pilze. Ich habe 15.000 Pilze. Kann ich nochmal About Good Traders bekommen, denen ich 15.000 Pilze gebe? Ähm, ich kann noch ein paar Toxic Waste Packs nochmal wieder wegschicken, oder? Machen wir es nochmal. In der ruhigen Phase können wir auch einfach mal so uns darum kümmern, dass der Scheiß mal wegkommt. Ups. So doof zum reinklicken. So, rein damit. Die, 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 die. Zu Tode geputzt. Und dann wäre ich ja gewissermaßen eigentlich nicht die Saueste. Ich freue mich, wenn wir mal richtige Toiletten haben. Also das sieht die ganze Zeit, diese Scheiß-Stein da drin und sowas. Kannst du Leuten einen Pilz als Geschenk schicken? Ja, könnte ich. Aber wir sind mit allen neutral. Jetzt brauche ich ja mal eher die Kohle. Ich will geiles Schwerter kaufen. Ich will geile Monostarcs haben, noch mehr davon. Weil sie geglättert viel, viel cooler aus die Räume, auch die Wände. Ist irgendwie schön. Es ist viel Arbeit, aber ist okay. Kann ich mit dir? Ich quere dich mal ein bisschen. Mach mal den Raum hier fertig. Dann kann ich vielleicht das Ritual machen. Nahrung, vier Jahre Einlage ist immer eine gute Idee. Du wirst mir auch nicht zu viel. Zu viel ist nicht so gut, aber schon okay. So, angenehme 21 Grad Rennen. Das heißt, ich könnte schon mal anfangen, hier die ersten Betten rüber zu bringen. Vielleicht kriegen sie hier auch trotzdem nochmal eine Toilette hin. Ich kriege trotzdem hier hier Waschbecken hin. 1, 2, 3 Betten. For Prisoners. Okay. Dann mache ich das jetzt nur noch for Colonists. Capture, Capture, Capture. Normales Bett weg. Und das dahin. Und das. Hot Tubs wurden erforscht. Nice. Jetzt brauchen wir nur noch aus der Hygienemod. Weißt du noch irgendwas? Komplexelektronik ist nice. Ist ein Problem für deine Stimmung, wenn deine Kundisten von der Religion nicht mehr an den Berg gebunden sind, aber trotzdem quasi für einen 27 Berg-Chain. Sollte kein Problem sein mit Transhumanist. Ähm, Transhumanist mit, ähm, Inhuman. Funktionieren die unterirdischen Kabel noch bei den nicht geglätteten Wänden? Nein. Aber ist ja egal, die muss ja nicht in die Wände legen, kann sie auf den Boden liegen. Wird ja unsichtbar. Stahl gescannt. Okay. Mal steigt. So, wir machen jetzt gleich das Ritual. Und, äh, das hier kann ich jetzt hier abreißen. Okay. Skip Abduction. Und, äh, das hier kann ich auch nicht in die Wände machen. Wenn er natürlich im Psy-Fokus hat. Wow. Ich glaub, der hat natürlich im Psy-Fokus. Das ist ein Imp. Der hat er. Aber, scheiß der jetzt leider. Ja, ne, Andertaler wäre auch cool. Also cool. Naja. Schade. Dann werden wir dir jetzt die Beine abschneiden müssen. So, mir sehr leid. Vampir Imp. Ja. Feuerspein der Imp. Also, Feuerspein der Vampir ist halt einfach so komplett. Komplett scheiße. Okay. Na gut, äh, ist nicht schlimm. Weil, dadurch haben wir jemanden für mehr Blutpakete. Nehme ich sehr gerne. So, hier machen wir dann so die schnellen Türen mal hin. Ich reiß ihm ab. Und mal alles elektronische Türen. Ich wünsche dir viel Erfolg auf jeden Fall. Stand Zelt. Let's go. Okay. Spade, mein Moin. So, und. Perfekt. Zwei Holzbeine. Remove. Remove. Okay. Und in wann können wir es wieder machen? In 10 Tagen. So holen wir uns die alle. Und die, die nicht gut sind, können wir einen Ripskanner schmeißen. Brauchen wir sowieso. Ja, aber ich könnte bald überlegen. Also, wir sollten auf jeden Fall wieder Max holen. Aber ich könnte überlegen, es ist richtig krass. Max zu bauen auch noch. Okay. So, guck mal. Die Räume werden schön. Und der Kolonie wird wahrscheinlich auch schön Cargo. Was haben wir gekriegt? Eier. 22 Eier. Das ist hart Pech einfach. Stell dir vor, du wirst durch eine Dimensionstor gezogen. Die Beine abgeschnitten und das Blutband genutzt. Das ist ein richtig mieser Tag. Äh. Das sehe ich anders. Wir haben ihn zu uns eingeladen. Er ist ein Gast. Er lebt in einem schönen Raum. Und als Dank spendet er Blut. Wir sind die Guten. Er hat sogar eine WG. Ein Glückstag. Das ist ein Glückstag, ja. Deswegen stelle ich mal nicht so an. Warte, man muss das hier einstellen, da. Okay. So. Redo, du kannst für meinen Sehenfrieden das Kabel aus dem nordwestlichen Raum in den südwestlichen ziehen. Kannst du für meinen Sehenfrieden das Kabel aus dem nordwestlichen Raum in den südwestlichen ziehen? Verstehe ich nicht. Oh. It's Iceman ist abgestürzt. Sanguine Volatile. Ja. Reject. Sorry, Kumpel. Früher die Wand vom Kühlschrank war, I guess. Ich weiß nicht, welches Kabel du meinst. Dieses hier, das Rohr. Ich gehe auch regelmäßig gut. Bin jetzt in der Kampone dabei, oder? Oh, wow. Ein Terrorbänder. Persona Plasma Sword. Yo. Kill Happy. This Weapon's Persona loves to kill. If this weapon kills someone, it's joy will transmit. Es ist leider ein scheiß Plasma Schwert. Wie heißt ein Mono Sword, habe ich es gemacht. Plasma Schwert ist ein großes Problem. Es macht Feuer. Und wenn er Feuer macht, laufen alle Vampire weg. Und meine Nacken war so Vampire. Das Schwert killt mich. Der gehört einer anderen Fraktion. Der gehört einer Schweine Fraktion. Und wenn ich den Gefangenen nehme, dann hassen sie mich. Und wenn ich den als Kolonist aufnehme, dann will ich den irgendwie nicht einsperren. Weil ich hätte nicht machen können. Ich hätte als Kolonist annehmen können, einsperren können. Da ist jetzt egal. Nicht so wild. Wir holen uns alle 10 Tage jemanden. Das ist easy. Ich habe Bock hier umzuziehen. Ich habe richtig Bock auf diesen Raum hier. Oh, ist aber nice, weil der hier auch gerade. 13, 3 Constructions nur Scheiße. Wo ist der Flammenwerfer fertig geworden? Da ist er, exzellent. Okay, ich muss den Flammenwerfer einmal ausprobieren. Es hilft ja alles nichts. Wenn ich mich hier so hinstelle. Na, ich mache es mal draußen. Oh, Scheiße. Das fand ich mich Heloid nicht so gut. Äh. Okay. Oh, Scheiße. Solar Flare. Several separate groups. Oh mein Gott. Yo, Chat. Wird das Zeit, Monster zu beschwören? Das war wirklich Karma. Alter Schwede. Alter Schwede. 31 Cypher. 37 Cypher. Über 60 Cypher. Oder traue ich mich in den Nahkampf hier vorne zu gehen? Das weiß ich auch nicht, Benni. Ich bin überlegen, ob ich im Nahkampf kämpfe. Ja. Ja. Ich weiß ja nicht, ob die Monster mich hier retten. Ich weiß nicht, ob die überhaupt eine Chance haben. Und ich möchte irgendwie... Ich möchte irgendwie ungern das Deadlife Dust nutzen, weil ich davon nur noch eins habe. Und ich kann kein weiteres herstellen. Also eins könnte, aber ich will Schad behalten. Aber wenn ihr durchglitschen, habe ich ein gewaltiges Problem. Ich will nicht durchglitschen. Ich will es irgendwie ungern wasten. Wisst ihr, was ich meine? Es stresst mich irgendwie. Auf der anderen Seite kotze ich, wenn ich... Ich bin mir nicht sicher. Scheiße. Weiß ich nicht. Saure Paste. Danke für den Zehnten. Ich glaube, sie schaffen es. Ich glaube, ich kämpfe. Ich glaube, ich kämpfe. Wenn sie durchglitschen, habe ich ein gewaltiges Problem. Dann verliere ich den Run. Fakt. Aber ich will es nicht benutzen. Ich werde zu spät. Es geht los. Ich hoffe, dass sie einfach nicht durchglitschen. Es muss doch funktionieren. Ich muss das eh versuchen zu verstehen. Metal Blood Serum. Benutze es. Wo ist der Rest von euch? Oh, scheiße. Ich habe das zu früh. Ich habe die Türen hier offen gelassen. 19er Kampf ist so insane. 19er Kampf, 20er. Guck mal den Charakter an. 17 Jahre alt. 19er Kampf, 20er Construction und 20er Intellekt. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, fuck. Vergessen. Wir brauchen super lang. Das macht meine Stimmung schlecht. Ja, ich kann irgendwie nur Joy geben. Nun kann ich noch Joy geben. Tiffy. Hat das irgendwie Nachteil auch? Oh ja. Hat Nachteil. 20% weniger Consciousness und so. Okay. Oh, Chat ey. Das ist gefährlich, was ich hier tue. Die Kinder sind noch nicht in Wünnen. Okay. Nimm doch lieber Metal Blood. Kampfbefehl. Gute Idee. Okay. 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 ja leute er schießt alle wände kaputt kann reparieren hinterher fack jetzt müssen wir das klarstellen machen es wird gefährlich recht viele meine stimmung ist gar nicht die beste moment und erhalte sich schnell dass das ihm damit sprechen oder eine stimmung kippt ich muss das jahr stahl bauen die wände hier und dreifach breit wenn man bitte nicht ausflippen kann noch einiges zu tun aber es klappt ganz gut oder ja ich glaube da hat sogar noch meinen namen serum dabei in der däpfigen der muss jetzt reparieren da 20 nacken muss ja zu reparieren hier ja das klappt supergut da haben wir uns auch weil das kostet jedes mal dieses deadlife zeug kostet mich jedes mal ein schad und ich habe einen einzigen schad über deswegen will ich das umgehen wenn ich hier benutze ich würde es gerne für den richtigen notfall ich muss das krankhaus auf jeden fall anders bauen okay 68 cypher gekillt weiß so mag ich das gut funktioniert besser funktioniert das erwartet jetzt kommt die tiere her humanity break okay das gut kommt die hasen und so und wollen unser essen essen oh schlag gut joshibär nice ey ahja restbeside muss schlafen ähm da oh chat richtig cool richtig richtig cool man ist ne maschine man da heilt sie schneller aber ich hab meine dings aufgebraucht ich muss anfangen das serum herzustellen das heißt ich baue jetzt auch mal und das kostet nämlich auch schon wieder ein schad da ist das serum labor es ist halt alles nicht so günstig naja roboter können wieder arbeiten guter punkt ich muss nämlich das serum labor jetzt machen chat wäre es ein gang um die killbox um die leute zu positionieren um die killbox herum was meinst du mit mit positionieren die tiere kommen will weg schicken oh ja da ist wahrscheinlich drin oder danke hier haben wir dann auch kaum noch müll 75 was dann ist weg mega cool so dann fangen wir an hier baut die mal auseinander ah cool wir haben keine schichtschaden dass das komplexe ja gibt es ja in komplexe auf jeden fall die base ist wie so eine gruft oder ein dungeon wo vampire leben das ist es definitiv hier unten und wir sagen das blut aus das ist voll geil wir brauchen jetzt auf jeden fall ich habe bock auf ghule noch ich will ghule haben wo wir eigentlich schon krasse nachkämpfer haben und ein paar kampfroboter ich will mich aus allem haben bestiege catafract helmet jack seine boom ratte in der base wird von pia ich glaube das haben wir sogar schon einmal gemacht ich habe auf jeden fall gerade nennen ja die boom rat kann kann hier ruhig ein bisschen leben und essen das ok ich habe genug pilze ich kann ruhig ein bisschen was futtern ich habe 14.000 pilze ja das krankenhaus will ich komplett anders woanders hin packen erst am ende danke dir für die 17 vielen vielen lieben dank das machen wir gleich irgendwie woanders hin aber erstmal mache ich diesen großen umzug dann nach oben da ritual raum und dann bauen wir das krankenhaus woanders hin krankenhaus bauen wir ja nicht so dringend weil wir können auch in den normalen betten die leute verharzten ich würde sogar ein krankenhaus mit richtigen krankenhausbetten dann bauen die habe ich aber noch nicht ich muss noch halt researchen das kann auf jeden fall noch machen dann machen wir nämlich ein krankenhaus mit dem richtigen hospitalbets und weiter monitors und auch mit ähm sterilem boden und sowas wann eigentlich falle für leichen da ist die falle für leichen und ade ist eine gute frage ich habe echt bock mit euch ades zu machen muss ich sagen vielleicht werden wir im nächsten stream ades farmen also woanders hinfliegen und ades machen machen wir eine party also in den umliegenden gebieten mit transport kapseln hin zwei drei ades machen mit transport kapseln zurück ich glaube das sollten wir tun so mit drei vier leuten das sollte eigentlich kein problem sein mit man und mit mit mad oh unforgettable sogar wow wie viele punkte habe ich gekriegt sechs von 16 mit wenn ich so mit vier fünf leuten losgehe sollte man es schaffen die medizin holen sie und bringen sie rein dann hast du eine idee in ancient danger ades sind äh alte ja antike komplexe wo du so wo gefahren drin sind aber durch legendären loot finden kannst also besondere schwerter und solche geschichten so äh wer ist das jetzt hier sang hun ist zehn jahre alt geworden sang hun könnte auf jeden fall intellekt könnten wir sang hun geben schade kein taf oder kein dings gekriegt hat kein taf und kein brawler gekriegt deswegen bleiben wir erstmal weiter auf shooting ich könnte nochmal construction mit rein nehmen und mining dass die einzigen sinnvoll sind ich habe noch gar nicht unten geguckt äh fast learner könnten wir nehmen hat wahrscheinlich den meisten sinne ne ja klar fast learner der rest ist relevant fast learner ist super strong unter der killbox medic dann ist er nah an der combat zone im eingang und safe ja 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 wir nehmen das wir nehmen das wir nehmen das wir nehmen das festleiner ist insane ähm ich würde hier die hier das krankenhaus hinbauen da wird das krankenhaus entsetzen ja 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 ok perfekt ist richtig gut aber im leichen raum ist noch kein dead life trap oder äh nee ich würde selber hinspringen und das aktivieren nötigste cooking für die seroherstellung weiß ich gar nicht ich glaube nicht ich habe eh keine küche ist aber nicht so schlimm da kann man mir irgendjemand kochen dann mit 6 reicht sogar ja ja es wird richtig richtig stark also hier mit fast learner ähm wird auch ein guter charakter werden ich hätte es auch slow learner nehmen können ja definitiv 20 construction 19 nahkampf 18 nahkampf 12 nahkampf ah ist das gut krankenhaus wie ein pucke center gestalten wir mit einem tresen so wann kann man denn die nächsten holen es gibt am tag schon sechs tage ah ist cool aber wir haben endlich den rander funktioniert und wir schaffen es dann ist auch wirklich schon große rates abzuwehren wir müssen ein paar mehr max meg gegner holen weil ich würde schon gerne noch ein paar raupen bauen und vor allem mit centurio aber wir haben gegen menschen rates haben wir die barrikaden zum anzünden also die feuerfalle wir haben gegen die mechanoiden die ganzen ja leichen die wir einsetzen könnten und wir können ruhig noch ein paar fallen sonst nochmal aufstellen aber schon fast learner hart arbeitet und sehr neurotisch verrückter porn sag ich euch alter ja wahrscheinlich noch wenn du auf crafting oder sowas hast es dann richtig insane ich hab gar nicht genug giften um ihn zu verschicken ich hab nur noch 65 ich hab auch 75 wenn wir noch ein bisschen giften machen verstecke ich den Rest ah sieht gut aus gerade sieht richtig gut aus 78 komponenten was sagt er noch koloniewert 222.000 wisst ihr noch als wir hier geflüchtet sind bei 125.000 koloniewert und dort die raupen kamen und alles war für den arsch krass dieser run ey der ist bei 1000 tage sind er weiter auf dem planeten aber diesmal haben wir es diesmal haben wir uns hoffentlich gefangen ich will nicht nach tibet diesmal geht es jetzt hier rein in die ganzen restlichen wir haben jetzt noch metal horror revenant wir haben heute auf jeden fall neue sachen und das gute ist wir können sie ja auch aktiv pushen wenn wir uns sicherer führen können wir aktiv ja void provocation machen das machen wir im nächsten stream auf jeden fall dass wir schon mal ein bisschen stärker probieren uns mit dem void auch anzulegen vor allem jetzt noch wenn die kinder alle erwachsen werden dann habe ich ja viel mehr kolonisten die stark sind sind nicht schon alle in human passt alle nur aus der mara nicht ja ein paar mehr rüste müssen wir auf jeden fall nochmal herstellen und bessere rüstung sagt was ist es passiert noch was dann das wird schon und vor allem der große umzug und dann richtig mit sauna und mit sanitären lagen und so ich glaube es wird richtig cool mich macht immer noch die eine wand nervös welche die hier oben meinst du ja das ding müssen wir sowieso wegtragen noch ein zwei mit kinder produzieren ne ich glaube das reicht wir bleiben bei elf kolonisten und dann machen wir ghule noch und roboter und jetzt machen wir feierabend ich muss oder ich